Hallo und willkommen bei vielblau um nichts Nummer 132. Ich sitze hier und schwitze, weil aus irgendeinem Grund hat momentan das Wetter gedacht, es müsste fast wieder Sommer sein. Nicht ganz zum Glück, aber fast. Und irgendwie ist es doch erstaunlich warm gerade. Deswegen habe ich das Fenster ein bisschen auf, aber ich glaube kaum, dass wir viele Nebengeräusche hören werden. Und wenn doch, dann Pech gehabt. Ist ja auch egal. Man kennt es ja und ich stelle gerade fest, dass ich in der falschen Tonspur aufnehme. Sehr interessant. Ich hoffe, das hat am Schluss alles funktioniert. Wir werden es ja merken. Ähm, genau. Ja, wie mache ich das? Ich glaube, ich pausiere jetzt mal kurz, höre, ob es geklappt hat und nehme dann weiter auf. Moment. So, jetzt passt es. Aber ganz sicher so, wie ich es normalerweise aufnehme. Es gab gerade kleinere Irritationen, aber ich habe mir gedacht, bevor ich auf gut Glück weiterrede. Wobei Odessity hat einen Ausschlag angezeigt, auch in der Aufnahme. Aber sicher, sicher, weil ich erinnere mich an das eine Mal, wo mal zwei Stunden Aufnahme weg waren. Bei einer anderen, in einer vergangenen Zeit irgendwann mal. Das war nicht ganz so lustig. Ähm, ja. Wie auch immer. Also, jedenfalls, heute, wenn ich es jetzt gerade überblicke, wieder volle Ladung am Start. Oder die meisten zumindest. Bin ich jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, die üblichen Kai-Daten sind, kommt doch alle, glaube ich sogar. Das halbe Dutzend, sozusagen, das fleißig mitwirkt. Ich weiß nicht, man hat diese... Ich müsste echt mal gucken. Es gibt ein paar Leute, also Space Rescue ist uns verloren gegangen. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das weiß ich. Dann der mit dem lustigen koreanischen Spitznamen, der zwei, dreimal dabei war, hat sich auch schon lange nicht mehr gedrückt. Schade eigentlich. Ähm, es tut mir furchtbar leid. Mensch, dessen Namen mir schon wieder seit langem entfallen ist, der sich mal wegen Krankheit abgemeldet hat. Also, ich hoffe, dir geht es trotzdem gut, falls du es hier noch hörst. Ähm, es wäre sonst scheiße, aber nein, ich hoffe, dir geht es gut. Äh, und weiß der Henker. Dann haben wir noch, und die zwei, drei, äh, Drive-By-Kommentatoren bei YouTube sind auch da. Eigentlich ist es wirklich mehr oder weniger gekommen. Naja, bloß Bumsratte fehlt, glaube ich. Naja, egal. Jedenfalls, schauen wir mal, wie lang es heute wird. Wollen wir mal. Ähm, da, 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 da. Das haben wir alles. Gehe ich schnell auf die YouTube-Kommentare. Was mich immer wieder fasziniert ist, wenn Leute irgendeinen Podcast kommentieren, der, äh, in dem Fall zwölf Wochen alt ist. Was heißt, im Anhörverhältnis, äh, ungefähr drei Monate hintendran. Das heißt also, wenn ich das jetzt hier, äh, darauf antworte, dann, dann hört das im, äh, November, Ende November, wenn wir Glück haben. Also, Ed Leonard, wenn du dann vor Weihnachten mal irgendwann so weit bist, dann, was haben wir denn hier Schönes? Er meint, bei vielen Fernsehern wurde die, wurde die YouTube-App entfernt und die App funktioniert nicht mehr. Bei seinem Sony-TV ist es auch so, der läuft mit Oprah und das wird nicht mehr weiterentwickelt. Netflix leuchtet aber noch, aber ist schon von Jahren auf einen Chromecast umgestiegen. Guter Punkt, ähm, ich meine, aus, man braucht ja eigentlich, wenn man Konsolen hat und da zwingt was am Fernseher, macht man halt die Playstation oder die Xbox an. Da ist ja alles drauf, außer Sky und Sky ist eh scheiße, wie wir alle wissen. Denn, aber es ärgert mich dermaßen, dass HBO Max bei uns nicht angeboten wird. Ich weiß nicht, ob ich es kaufen wollen täte, aber ich sag mal, von dem Geld, wo ich mir sparen würde, wenn ich bei Sky jetzt irgendwo mal kündigen dürfte, dann kann ich mir viele Abo-Dienste leisten. Ja, ähm, nee, gut, Chromecast ist aber natürlich ein guter Punkt, könnt ihr auch einen Firestick nehmen, aber irgendwie habe ich mich noch nie so wirklich damit befasst. Und ich bin auch nach wie vor, gut, der Fernseher hängt auch nicht am WLAN bei mir, ähm, pardon, am WLAN natürlich schon, oh Gott. Ähm, ich bin so kein Fan von Funkverbindungen. Man sieht es ja alleine an der Playstation, was das für einen Unterschied macht oder auch bei der Switch, die irgendwie performancetechnisch halt im Arsch ist mit den Download-Geschwindigkeiten. Wobei Sony, ich habe es die Tage wieder gehabt, am Vormittag, am frühen Nachmittag, irgendwann, wups, volle Leitung von meinen 100 Mbit, was natürlich jetzt nicht die Welt ist, aber es reicht für mich. Und am Abend dann, ach ja, nee, du, vier müssen reichen, also vier Megabyte pro Sekunde statt zwölf oder so. Das ist eher schon ein bisschen eigenwillig, warum auch immer das so ist. Es liegt nicht an der Telekom, weil ich nehme mich bei an, wenn ich auf dem PC was runterladen sollte oder auf der Xbox, das läuft mit Vollwucht, also muss es Sony irgendwie sein oder die Kombination Sony-Telekom, wer weiß das schon. Es ist halt so. Nee, aber guter Punkt mit dem Fernseher und jetzt, ach, irgendwann muss ich mir noch einen kaufen, das wird gruselig. Naja, gut, jedenfalls, dann haben wir ja auch noch aus dem, zu der aktuellen Folge, haben wir, äh, der, ähm, die Elite meint ein Podcast mit nur einer Stunde, sind denn alle im Urlaub? Nee, sie haben es bloß verpennt teilweise, kommen wir nachher noch dazu, aber eine Stunde zwischendurch geht schon auch mal ganz okay. Okay, ich, äh, ich habe ja mal vor Urzeiten die Idee gehabt, wenn es regelmäßig richtig lang wird, dann splitte ich die Dinge auf und ich muss nach wie vor sagen, dann die, 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 das bisschen Feedback, was da war, sagte, nee, will ich nicht. Ähm, ich meine, gut, beim Zuhören könnt ihr das Tag auch splitten, das ist mir schon klar, aber ich fand die Idee nach wie vor nicht so super schlecht, weil dann es einfach cool ist, wenn die Zahlen immer größer werden. Wobei mir gerade einfällt, ich muss jetzt nebenbei gucken, was denn der Herr Pixel heute alles macht. Hat er schon? Oh, WRC 9. Ach, der spielt schon. Was? Nee, das ist noch Vorschau, was hier läuft, oder? Lass sehen. Ja, ist noch Vorschau. WRC 9 ist tatsächlich echt gut. Äh, und so spielt er jetzt tatsächlich heute? Ich bin erstaunt. Ja, hätte er mal auf die E-Mail antworten können, arbeitstechnisch. Egal. Ja, äh, wo bin ich? Äh, die, 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 äh, ja, jedenfalls so hochzählen finde ich halt auch irgendwie cool, aber egal. Es ist halt wie es ist. Dann haben wir da Aldi, mein, taucht auch mal wieder auf. Er meint, apropos Milestone-Motorrad-Spiele, er hat MXGP3 von 2017 komplett auf 1000 Gamerscore durchgenudelt, hat auch nur 15 Stunden gedauert und war gar nicht so schlecht. Aber wenn es nicht im Gamepass gewesen wäre, hätte er es wohl auch nicht angefasst. Ich würde es auch im Gamepass nicht anfassen, wenn ich es vermeiden könnte. Ich muss den Kack nur immer testen. Ja, Milestone-Spiele sind nicht schlecht. Sie sind nur pures Mittelmaß, bis wenn es gut geht, unteres Gut. Aber mehr halt auch nicht. Das ist, und mir langweilt das zu Tode, das Zeug, aber man muss halt. Und dann muss man natürlich fair sein, das bin ich ja auch, aber sie sind halt trotzdem mittelmäßig. Und gerade die neueren Sachen haben immer irgendwelche Macken. Bei, war es super groß, glaube ich, ja, wir lassen das Tutorial weg. Ja, geil. Warum? Weil die Leute wissen ja schon, wie ein VIP und ein Dings funktioniert. Was? Nee, weiß ich nicht. Was soll die Scheiße? Und bei MotoGP beim letzten war dann wieder, ach ja, Karriere mit Management-Element. Coole Sache. Aber die müsst ihr auch benutzen. Die so, äh, nee, nicht geil. Vor drei Jahren war es noch anders. Bei WRC 9 gibt es übrigens auch Karriere mit Management und einfach eine Meisterschaft. Ja, geht jetzt hier nicht. Warum auch? Wäre viel zu einfach. Bei Ride 4 graust man jetzt schon. Das wird grü... Uff, nee. Also, ich meine, da hat sich im Verhältnis, wo Kiloton vor ein paar Jahren war und Milestone vor ein paar Jahren war, Milestone ist da immer noch, mehr oder weniger, und Kiloton hat Sprünge gemacht ohne Ende. Also WRC 9 ist wirklich nochmal eine ordentliche Steigerung aufs Achter, was eine sehr große Steigerung war, obwohl es diesmal nur ein Jahr Zeit hatten. Und vor allem für Sim-Freaks mit Realismusanspruch und bitte schwer ist es noch besser, weil die steuert sich auch tatsächlich gefühlt und tatsächlich spürbar, ähm, ja, komplexer würde ich es jetzt mal nennen. Eigentlich würde ich ja wirklich beim Herrn Pixel fast schon gerne zuschauen, aber könnte ich nicht aufnehmen jetzt. Scheiße. Was ist jetzt hier los? Warum zeigt er man nicht live an? Ich meine, ich kann es ja nebenbei laufen lassen, aber dann kann ich ihm nicht zuhören. Das ist natürlich auch nur leidlich spektakulär. Aber gut, wir reden ja von WRC 9. Das kenne ich ja dann auch schon. Ähm, ja, gut, wie auch immer. Also jedenfalls, ja, außerdem 15 Stunden für 1000 Gamerscore, dann kauf dir doch mal ein paar Ratter-Liker-Spiele, da geht es ein bisschen schneller. Äh, und nee, also irgendwo hört es auf bei mir. Ich habe Gamerscore, finde ich auch immer noch lustig, Gamerscore der Trophäen. Ich mache es auch ganz gerne, aber sicher nicht, wenn ich mir, ich gebe mir jetzt hier kein Spiel für längere Zeit, wo ich keinen Bock drauf habe. Und da ist, da fallen die Dinger drunter. 15 Stunden, nee, danke, echt. Ja, nee. Und vor allem auf der Xbox kriegt man ja nicht mal eine Trophäe zum Schluss, wenn man alles hat. Da hat Sony mit der Platin-Trophäe schon eine gute Idee gehabt. Das wirkt einfach ganz anders, wie zu sagen, oh, jetzt habe ich 1000 Punkte. Und wenn dann irgendwie noch eine DLC dazukommt, dann habe ich wieder nicht voll abgeschlossen, was bei Sony auch nicht ist, weil die Platin-Trophäe gilt für den Basisinhalt des Spiels. Das ist eigentlich schon klüger gemacht, wie so vieles halt von Sony im Verhältnis zu Microsoft, auch wenn der neue Xbox Game Store tatsächlich funktioniert. Hätte ich auch nicht gedacht, aber gut. Und dann meinte Aldi noch, der Kanagawa ist übrigens ein echter Fluss in Tokio, mit einem Link zu Wikipedia. Ich meine, dass ich das, habe ich das in Abrede gestellt, dass es so ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe mich nie groß drum gekümmert und habe einfach gedacht, mei, so wie Akihabara gibt es ja auch, da rennen sie ja auch rum in der Serie und im Spiel mal. Also theoretisch, warum soll es den Fluss auch nicht geben? Warum soll es denn fiktiver sein? Was würde es denn bringen, wenn er fiktiv ist? Wenn das Ding, wenn das jetzt in München spielen würde, warum soll die Isar nicht die Isar sein? Da gibt es ja kein Copyright drauf. Aber ja, jedenfalls nach wie vor, meine, stimmt, war das letzte Woche schon eigentlich? Meine Sammlerbox ist gekommen. Das ging echt wieder, hey, Moment, das war die Woche, oder? Weil, nee, oder war es letzte schon? Leco mio, wann war das? Ich glaube, es war letzte Woche. Bevor ich jetzt nochmal vom, oder habe ich da schon mich, ah, Thunderbird ist auch ein bisschen mehr seltsam manchmal. Er ist geschippt am 26. Ja, okay, also es war super flott auf jeden Fall, auch wenn ich das schon erwähnt habe, von 2 Uhr nachts, 2.43 Uhr nachts bis 10 Uhr an eineinhalb Tage später, also so schnell habe ich auch noch nie was erlebt aus Amerika, ist absoluter Wahnsinn, aber soll mir recht sein. Habe ich immer noch nicht aufgemacht, weil ich kenne das Spiele ja jetzt schon. Tja, aber ja, schön, dass ich es ins Regal stellen kann, darum geht es ja. Ja, genau. Gut, das war es also mit den Kommentaren zum Bla. Was hatten wir hier noch? Ich habe ja diese Woche ein fantastisches Eating-Video aufgeschmissen mit der Empfehlung der Lace Kräuterbutter Special Edition, wer es noch nicht gesehen hat, die mir empfohlen wurde. Und ja, auch da, Spoiler, die ist gut. Gut, dann meint der MD-Elite jetzt, muss er die Dinger auch mal suchen und essen, daran bin ich schuld. Ja, ich bin ja scheinbar ein Influencer. Ja, Wahnsinn. Nicht schlecht. Nö, nö, aber die kann man essen. Also die dürften nicht so schwer zu finden sein, glaube ich, die standen ganz normal im Regal und nicht irgendwie separat wie diese blöden Tio-Sonderteile immer. Aber gut. Und gucke ich mal, nächste Woche kommt dann der große Kräuter- und Knoblauchbutter-Baguette-Test. Ne, mag ich, klingt zwar lecker, aber das ist ja irgendwie unspeziell. Ich habe die Tage gesehen, dass von McCain demnächst Ofen- oder Mikrowellenfritten mit Soße, mit Chili oder Mac'n'Cheese oder irgendwas wohl erscheint. Stand leider nicht genau wann. Da muss ich, da wäre ich wahrscheinlich mal, wenn ich die finde, auch wieder mal mit warmer Mahlzeiten eaten müssen. Warten wir es mal ab. Aber noch habe ich sie nicht. Gut, was übrigens hier auch schon zur Vorabwarnung. Nächste Woche könnte, wie auch da wieder, ich habe zwei, drei Sachen, die vielleicht passieren. Und nein, ich habe dieses Memory nicht vergessen. Aber auch da ist halt so. Nächste Woche nähern wir uns schon der Deadline. Deswegen bin ich da auch wieder ein bisschen mit komplexeren Sachen ein bisschen weniger experimentierfreudig, nenne ich es mal. Gucken wir mal. Aber ich, schauen wir mal, irgendwann wird schon wieder was passieren. Wahrscheinlich oder vielleicht schon nächstes Woche. Da fällt mir gerade ein, ich werde heute was bestellen sollen, müssen, tun, können. Habe ich nicht getan. Muss ich noch machen. Mal kurz gucken, muss ich das in England bestellen? Solange es noch geht oder kann ich das hier in der Heimat bestellen? Ui, der hat es ja noch gar nicht. Das ist natürlich kein gutes Zeichen. Wo sind sie denn? Da am 11.9. Achso, ja richtig, der hat den Termin falsch gehabt. Das, uh, 20 Euro, das ist günstig. Ja, dann gucken wir mal. Ich habe übrigens, wer es noch nicht getan hat, der sollte es mal nachholen, sonst bin ich traurig. Heul, heul. Ähm, checken bei, 30 Euro kann man bezahlen. Oh, mit deutschem, mit US-K drauf, okay. Ähm, bei meinen Perp Games, Fullset-Dingern, ähm, Persistence kam die Tage raus, habe ich noch nicht gekauft. Aber ich habe immer gedacht, gab es das nicht schon mal? Ja, das gab es schon mal. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann das schon mal der Fall war, dass ein und dasselbe Spiel von zwei Publishern rausgebracht worden ist. Und beim zweiten Mal nicht im Rahmen einer Billig-Range, das gibt es natürlich sowas, klar. Nein, das jetzige Persistence kostet fast das gleiche, wie damals, wie Sony, glaube ich, zuerst rausgebracht hat. Ähm, wobei jetzt gibt es auch für die anderen zwei Systeme natürlich, deswegen noch eine andere Geschichte. Aber trotzdem, das ist schon kurios, jetzt hat es halt einen Nicht-VR-Modus mit drauf auf der Disc. Also das könnte ich mich nicht erinnern. In verschiedenen Territorien, ja klar, Creed ist zum Beispiel, bei uns Perp, in Amerika irgendjemand. Und sowas kommt vor, aber das wäre mir jetzt tatsächlich neu. Aber ist ja auch egal, ne? Das muss ich wahrscheinlich einfach aus Vollständigkeitsgründen noch kaufen, damit ich mich nicht ärgere. Ich habe vor Nicht-Altsager-Zeit kam eine E-Mail, ups, das Spiel, wo ihr bei uns bestellen musstet, das verschiebt sich ein paar Wochen. Ach übrigens, auch hier, für den Düsi schon mal vorab, nächste Woche, nächsten Donnerstag, werden scheinbar die nächsten zwei Evergate-Module enthüllt. Nicht so, wie ich das heute mitbekomme, ich dachte, oh, eigentlich ja cool, aber oh Gott, ihr Penner, lasst uns doch erstmal die bisherigen, bringt die erstmal raus. Und zwar auf eine Art und Weise, dass man auch an sie rankommt und letztlich wieder blöd ärgern muss. Aber gut, ich meine, wenn es Activision-Spiele wären, dann würde ich sagen, geil. Wenn nicht, dann würde ich sie trotzdem kaufen, einfach der Vollständigkeit halber, würde ich mir denken, ja, wahrscheinlich nicht. Naja, warten wir es ab. Gut. Gut, dann gehen wir ab zu den E-Mails. Die kamen alle heute, würde ich, wollte ich sagen. Das stimmt nicht. Aber die eine war die erste Hälfte, deswegen gehe ich sie dann erst, wenn die zweite Hälfte kommt an. Also, fangen wir damit an, alles, der Rest war aber von heute und fangen wir an mit dem Dogio. Der meint, blau aus der Hölle. Hallo, ich, wie er dem Rochenrückblick entnehmen durfte, habe ich mir die neueste Lucifer-Staffel, Lucifer, Lucifer, ja, Lucifer natürlich, Staffel gegeben. Am Stück oder in Häppchenform. Er hat ja schon mal erwähnt, dass er mal angefangen hat mit Lucifer, aber sich in die Serie nicht abholen konnte. Banause halt, ne, richtig, Banause. Totaler. Nicht ganz am Stück tatsächlich, es sind ja nur acht Folgen jetzt, weil eine Halbstaffel. Ich glaube, ich habe sie über zweieinhalb Tage gestreckt, weil zwischendrin eine Folge war drin, es war so eine Flashback-Folge mit so einem, ich sage mal, El Noir-Gimmick in Schwarz-Weiß. Das war gut gemacht, aber es hat mich halt so gut wie gar nicht interessiert, auch wenn der Plotpoint darin signifikant ist für einige Charaktere. Aber, ne, insgesamt fand ich es einfach echt gut, aber gewünscht habe ich es nicht am Stück. Habe ich zwar auch schon gemacht, solche Sachen, aber diesmal tatsächlich nicht. Ich glaube, ich hatte, glaube ich, irgendwas zu spielen oder viel Sport oder dazwischen und dann so, hm, ja, mal gucken tun. Ab heute startet er auch The Boys Staffel 2, welchen gut unterhalten hat, aber auch nicht zu begeistern wusste. Mal gucken, ob er sie jetzt mehr einsaugt. Das habe ich tatsächlich wieder ganz vergessen gehabt. Sie startet aber die ersten drei Folgen gleich bloß und die anderen kommen dann wöchentlich. Was auch ein kurioses System ist, ich weiß nicht, ob das Absicht war oder dem Virus geschuldet ist, keinen Schimmer. Aber ja, guter Punkt, hätte ich nicht, dass ich es vergesse, da muss ich dann, glaube ich, schauen. Ich glaube, die Boys habe ich durchgebincht, aber es waren gleich noch weniger auf Folgen, oder? Ja, mal gucken, wie ich das erledige. Bei Picard war die wöchentliche Ausstellung eigentlich natürlich eher schlecht, weil so lahmarschig, aber also Dreiviertelstafel einfach sehr vom Tempo her sehr gesetzt waren, dann sagen wir es mal so. Aber ja, man gewöhnt sich dann. Achso, Mandalorian hat einen Termin, das interessiert mich bloß leider gar nicht. Ja, so ein Pech. Ja, mal schauen, was die Boys denn so kann. Da wir gerade bei Serien sind, vor gut einer Woche hat er mal mit Vikings angefangen, es anzuschauen. Es ist ja nun schon länger bei Amazon dabei. Ja, ich glaube, war sogar mit die erste Serie, welche es beim Start von Video gab, oder? Das bin ich nicht sicher. Das könnte sein. Ich glaube, ich würde gerne sagen, war nicht diese alternative Nazi-Historie-Geschichte, irgendwas Dings mit Kassel, ich habe den Namen vergessen, war, glaube ich, eine der ersten. Und dieses Opernorchester-Dingens, Mozart, da habe ich eine Staffel gesehen. Das war echt gut und irgendwie habe ich dann aber nicht weitergeschaut, warum eigentlich. Ich glaube, das war so mit der erste oder Bosch auch, oder? Ja, keine Ahnung. Also ich habe ein Video, glaube ich, nicht von Anfang an benutzt. Hm. Ja. Jedenfalls hat er sie bisher immer gekonnt, ignoriert. Dachte, es wäre halt nur ein billiger Game of Thrones-Abklatsch mit Wikingern. Ich hätte gerne gesagt, das war doch vorher schon, aber das stimmt gleich nicht. Game of Thrones hat, ist ja tatsächlich... Wie viele Staffeln waren es denn so am Schluss? Acht? Das ist ja schon ewig her. Ja, das ist ja los, ging ja Wahnsinn. Und seitdem hat er kein Buch mehr geschrieben, gefühlt. Oh Gott. Naja. Schande über seinen Haul, muss er eingestehen, da ist er bisher eine absolut geniale Serie verpasst. Hart. Vikings hat absolute Suchspositionen. Festliegen wir schon lange keine Serie mehr. Habe ich da schon mal reingeschnuppert? Nee. Warum eigentlich? Weil halt ungefähr eine Million Serien da sind, die ich schauen will. Und das Wikinger-Thema mich jetzt nicht so ultra fasziniert. Ich habe auch das neue Assassin's Creed, würde ich jetzt sagen, würde deswegen nicht so. Das wäre auch gelogen. Das ist einfach, weil ich da... Ja, weiß ich auch nicht. Aber nicht deshalb. Und ja, ich weiß, dass Adam Copeland, also der gute WWE-Edge, meine ich, hätte bei Vikings mitgespielt eine ganze Weile lang. Kann ich mich jetzt täuschen oder auch nicht? Schaut mal halt mal. Kings Edge. Ja, ist so. Wenn die Suchergebnisse... Jupp. Hat er. Da passt er auch gut hin von seiner Grimasse, die er heutzutage hat. Und wenn er einen Bart auf hat, stimmt wohl. Ja, keine Ahnung. Passend dazu hat er auch mal angefangen, sich mit dem Anime-Windlands-Saga ebenfalls von Prime Bayer anzuschauen. Auch sehr sehenswert. Vielleicht er wenigstens konventionell gehalten und vorhersehbar. Kann man aber gut schauen. Sagt mir nichts. Ja, mir fällt mir so nicht ein. Aber ich und Anime-Serien, nichts wissen, ist jetzt kein Ding. Ich bin jetzt gerade dran, dass ich Aokana herkriege für die Arbeit. Ich habe zwei der vier Routen gelesen. Ist gut. Ist wirklich gut. Den Schweingram vermisst man nicht. Ich habe zwar mal mich aus Recherchegründen damit befasst, wo der wohl unterkommt. Und tatsächlich, ja, das braucht man nicht. Gebe ich hier wieder zu Protokoll. Ja. Das ist auch sehr Vanilla, wie es so schön heißt. Deswegen, gut, die Loli, das Quasi-Loli-Mädel, das tut ein bisschen Aua-Aua rufen, weil halt, ja, warum nur? Ich weiß auch nicht. Egal. Ja. Thema Couch. Die Kosten, die man von ihr verlangt hat fürs Bringen, sind schon echt dreist. Das ist korrekt. 250 Euro rechtfertigt in keinster Weise den Aufwand, den sie hätten. Auch das ist korrekt. Wobei der ja gesagt hat, ja, das ist unser Basissatz. Den würde ich niedriger machen, weil eure Couch-Herblas das Doppelte davon kostet. Ja, immerhin, wir haben aber 150 Euro so rausgekommen. Aber naja. Bei seinem Möbelhaus des Vertrauens ist zumindest Lieferung und Montage inbegriffen. Er weiß aber gerade nicht, ob er bei einem bestimmten Warenwert. Davon würde ich ausgehen, weil, äh, das, also, 250 ist ein Witz. Machen wir nicht drum tun. Aber gar nichts, das wäre auch komisch für eine Couch, die nur 500 Euro kostet. Äh, das würde mich schon sehr, sehr wundern. Aber, ja, nee, also bei uns war es, ich kann mir auch sagen, der XXX Lutz, ähm, ist ja jetzt auch nicht die kleinste Kette. Aber das Problem ist halt auch einfach generell beim Möbelkaufen, du kannst ja nicht sagen, dann gehe ich halt woanders hin und kaufe die Couch da. Weil die gibt's ja nicht überall. Vor allem Couchen sind kackteuer, wenn's nicht gerade ein Rauswurf, äh, irgendwie ein, äh, äh, Lockvogelangebot ist. Und die müssen ja dann das Geld wieder reinholen, so ungefähr. Ja, aber gut. Ja, es ist alles nicht ideal, aber, mei, werden wir schon hinkriegen. Äh, Altmöbelmitnahme hatten sie damals, als er vor gut 5 oder 6 Jahren eine neue Couch gekauft hat, gekauft hat, auch noch inklusive. Äh, also, ja, da, es war einmal, vor, es gab auch mal Zeiten, hat man für 3 Euro Zinsen auf sein Girokonto bekommen, sag ich jetzt mal so. So lange ist es auch noch nicht her. Ich meine, natürlich kommt jetzt noch dazu, dass die ganze aktuelle Situation wahrscheinlich die Preise auch gut treibt, weil sie da natürlich eher sowas verlangen können, weil die Leute halt einfach sagen, ja, wie freu ich selber dann und, ja. Ja, mein Gott. Ähm. Als sie sich dann vor gut 3 Jahren ein neues Bett gekauft hat, hätte ihnen die Mitnahme des Alten dann schon 70 Euro gekostet, weil sie sich auch noch hätte gefallen lassen. Ja. Das hätten wir auch noch gemacht, glaube ich. Wenn, vor allem, wenn es halt runter, mit runtergeschleppt und so weiter. Ich bin übrigens auch nicht sicher, ob bei den 150 Euro, ne, Montage, ich glaube, die 250 wären Lieferung und Montage gewesen oder hätten Montage extra gekostet. Ich weiß gar nicht. Schwierige Frage. Ähm. Naja. Ähm. Da er bei Ihnen noch so viele alten Gerümpel im Keller hatte, hat er sich dann doch einfach in den Sperrmüll kommen lassen, um alles zu entsorgen. Sowas wie Sperrmüll gibt es bei uns bestimmt doch auch. Das gibt es ganz sicher, ja. Er weiß, dass manche Städte dafür Geld verlangen. Bei Ihnen zumindest ist es einmal im Jahr frei. Ich glaube, bei uns ist es auch so. Ich glaube aber nicht, dass die sagen, wir holen das Zeug, wir laden es ein. Also wir laden es ein, wenn es am Straßenrand steht. Ich glaube nicht, dass da der Abbau, die Abmontage und so, das machen sie, glaube ich, nicht. Da könnt ihr natürlich den Neugierhalber mal fragen, aber auch das ist natürlich wegen nur einer Couch auch so ein bisschen, hm. Aber ja. Ich meine, wir werden das jetzt, das ist jetzt eine relativ kleine Couch, da werden wir das hinkriegen irgendwie, aber natürlich wäre es bequemer besser gewesen, aber was wollen wir machen? Naja. Möbel können schon ein richtig teures Vergnügen werden. Oh ja, das habe ich schon gesehen. Da, oh, ein Trailer zum NeoGro MVSX kam mir gerade per E-Mail, na, fantastisch. Ähm. Ja, können teuer werden, ich weiß. Wie gesagt, ich habe ja geschaut nach einer Couch und da sieht man die, ja, die normalen Couchen, also bei 2000 Euro aufwärts kann man anfangen normalerweise und die sind dann auch meistens noch so doof, dass man sie irgendwie gerne umstrukturieren würde, was jeder Scheiß kostet extra. Oder, ob ich die Automaten links oder rechts haben will, das kostet das Umsteck, an der anderen Seite kostet dann auch wieder Aufpreis, 100 Euro, was zum Henker? Das sind zwei Basisdinger, warum, ach ja, ähm, und so Sachen, aber ja. Also, dass er sich seit die Couch damals aussuchte, saß er auch mal auf einer, die er eben schlappe 30.000 Euro gekostet hat, also das habe ich nicht gesehen, kann ich mir aber schon vorstellen. Zugegeben, so bequem saß sein Hintern noch nie in seinem Leben. Ja, gut. Sollte er für das Geld auch, denke ich. Er hofft, dass ich mit meiner Popolatte zumindest, Popoplatte zumindest langen Spaß habe und für irgendwelche Stunden verbringe beim Zocken. Ich hoffe es auch, ich glaube, also meine alte Couch, ich, ich, äh, angeblich habe ich sie schon mehrere Dekaden, ich kann, ich habe irgendwie im Kopf, dass es noch nicht mehr wie zwei sind, aber wohl doch, äh, die habe ich scheinbar schon wirklich ewig, ich kann mich echt nicht daran erinnern. Wann das war, aber sehr lang her. Also ja, die neue, ich bin, also ich habe ja Probe gesessen, also Möbel kann man nicht ohne Probe kaufen, das geht einfach nicht, meine ich, zumindest halt gelogen. Sowas geht nicht, äh, irgendein Schrank oder so, den kann man auch auf Optik kaufen, klar. Aber, ja, das ist, äh, ich hoffe doch. Die Frage ist, ich habe noch so, nebendran stehen bei mir so Regale, die müssen auch noch weg, was mache ich damit und so weiter, aber das kriegen wir alles hin. Ähm, was aus beruflicher Sicht bei mir wahrscheinlich unmöglich ist, der hat jetzt schon seit anderthalb Wochen nichts mehr gespielt, ne, das geht schon mal. Aber, äh, unwahrscheinlich, also im letzten Monat wäre es wahrscheinlich ganz gut gegangen, weil es einfach kaum Spiele da waren. Dann macht man halt irgendwie, äh, andere Arbeit, die so mit Recherche mehr zu tun hat, oder irgend so einen anderen Käse, da muss man ja nicht unbedingt ein großer Spiel. Naja, momentan fühle ich sich einfach nur noch träge, wenn er zu Hause ist, und entspannt lieber mit einer Serie oder einem Film. Kann ich nachvollziehen. Wobei ich da auch wieder die Energie aufbringen müsste, dass ich mich konzentriere. Deswegen bin ich früher auch vor ein paar, nicht allzu langer Zeit sogar noch eher ins Kino gegangen, weil da hat man halt wenige Ablenkungen. Ich meine, da ärgert man sich über die Deppen, die rumhocken und Handys benutzen müssen oder nicht die Klappe halten oder irgendwas. Aber zumindest hat man nicht so, jetzt gehe ich halt schnell aufs Klo oder mache mein Essen zwischendurch und pausiere halt einfach mal. Das geht halt im Kino nicht. Außer das Kino macht natürlich die Zwangspause, was auch mit einem der Dinge ist, die mich ziemlich ankotzen, weil das einfach nicht, sich nicht, einfach ein Unding ist. In den alten Kack-Kinos, die wir hier hatten, wo man quasi noch auf Holzklapp sitzen gesessen ist, also nicht nur quasi, sondern auch wortwörtlich, die haben keine Pause gemacht. Ich habe Braveheart in so einem Kino gesehen, der lief ja drei Stunden, da habt ihr keine Pause. Naja. Naja, wie auch immer. Mal abgesehen davon, dass er durch die Normalität auf der Arbeit momentan eh einfach oft nur müde ist, es ist auch immer wieder erstaunt, wie schnell so ein Tag noch umgehen kann, wenn man noch andere Aktivitäten reinpackt, wie Sport, Haushalt und halt soziale Kontakte. Sport, soziale Kontakte, was ist das? Haushalt? Gut, dann machen ja andere. Du redest brr, kann ich jetzt immer sagen. Selbst wenn ich es vornehme, heute mal was zu zocken, geht es meistens nach allen Pflichten die Zeit aus und die Arbeit oder die Müdigkeit ruft nach ihm. Na, also ich vergammel auch halt einfach viel Zeit mit irgendeinem Kack. Dann schaut mal wieder, ob ich beim Internet irgendeinen Blödsinn lesen kann oder das oder das und auf YouTube zweieinhalb Videos oder irgendwas. Oder ich gehe Animal Crossing, das ist ein Zeitfresser, auch wenn es so sinnlos sein mag. Jetzt gerade neuer Monat, ersten Tag, alles Fischen, alles Angeln, alles, nee, alles Fischen, Angeln, das Gleiche. Angeln, Tauchen, mit dem Netz einfangen und sonst wie ein paar Tannenzapfen sammeln und ein paar Eicheln, damit man das Zeug bauen kann. Habe ich alles erledigt, aber es nimmt halt Zeit in Anspruch. Aber jetzt wird endlich dafür, der Herbst zieht ein, jetzt ändert sich wirklich die Optik mal ein bisschen. Das finde ich ganz nett, da freue ich mich doch. Mich wundert, dass Nintendo eigentlich noch nichts gesagt hat, was an Sondergeschichten in diesem Monat läuft. Kann ja auch sein, dass nichts passiert, aber erstaunen wird es mich doch ein bisschen. Naja, und ich habe jetzt eine, eineinhalb Wochen lang gleich schon keinen Camper mehr gehabt, der vielleicht einziehen wollte und auch sonst niemand, der abhauen wollte. Das ist erstaunlich. Momentan ist er ein bisschen, aber ich habe eigentlich auch keinen mehr, den ich unbedingt loswerden möchte, weil die alle ganz nett sind. Gut, meine, meine Ureinwohner Füchsin, die rosa, die ist jetzt nicht so die spannendste, aber die ist trotzdem auch ganz nett. Nett wie die blöde Kuh oder das dumme Nashorn, das beim Düsirum hängt. Ja, egal. Achso, einen Elefanten habe ich letztens mal gesehen, aber es war also ein bisschen Benjamin Blümchen, aber mit so einer Grinsefresse, wie wenn Bart Simpsons lächelt. Das ist, das war ein bisschen verstörend anzusehen, deswegen habe ich ihn nicht eingeladen. Naja, gut. Naja, kann ich verstehen, dass man nicht spielen möchte, wie gesagt. Ich habe hier auch gerade das Problem, ich habe mir diesen Monat ein bisschen zu viel auf einmal aufgeladen, also nicht zu viel, es ist alles machbar, aber das habe ich, ich glaube, fünf Spiele für den Retail-Testteil mehr oder weniger gehabt jetzt und ich glaube 15 für den Download-Sektor, wo nicht unbedingt alle ins Heft kommen, aber die muss man natürlich auch spielen. Es gibt welche, die sind halt in ein, zwei Stunden durchgespielt oder erfasst und andere nicht. Ich meine, realistisch betrachtet, die heute kam raus Tony Hawk, da muss man ja offensichtlich, ich meine, nachvollziehbar nicht zehn Stunden dranhocken, um das Spiel begriffen zu haben und einschätzen zu können. Auch bei jetzt einem BRC9 oder einem Project Cars, wo ich doch recht viel Zeit nahe gesteckt habe und verhältnismäßig, möchte ich fast sagen, die muss man auch nicht so ewig spielen, aber Story-Spiele sind wieder was anderes. Ich meine, ein Aokaner muss jetzt auch nicht alle vier Storylines durchziehen, weil einschätzen kann man es, glaube ich, so auch zivil. Oh, was sagt denn Harmonix hier? Achso, die machen heute einen Livestream, glaube ich. Kein, nicht so wichtig. Egal. Wo bin ich? Ich habe einen Faden verloren. Gut, ach ja, richtig. Also ja, und dann habe ich halt, also ich habe, wenn was Neues reinkommt, dann schaue ich es mir auch immer mal an. Das führt dann dazu, dass ich jetzt gerade ein halbes Dutzend Spiele jongliere, die ich unbedingt mal weiterspielen müsste, der mich nicht so recht überwinden kann, weil, ach, ich könnte ja auch ein bisschen Animal Crossing oder, ach, heute ist ja wieder Formel 1. Irgendein Scheiß passiert immer, aber gut, ich kriege es hin. Das ist alles machbar. Ich bin lang genug dabei, dass ich das einigermaßen kontrolliert über die Bühne bringen kann. So, ähm, ja, wo bin ich? Gut, Fragen. Witcher 3 kommt auch auf Next Gen und so wie es aussieht, gratis für alle alten Besitzer, nicht vorbildlich von CD Projekt Retten, nicht nur so wie es aussieht, das steht klipp und klar in der Pressemitteilung. Es steht nicht im letzten Detail, dass alle Diskversionen gleich garantiert sind, also ich meine, ja, wenn wir reden von CD Projekt, da müssen wir nicht rumtun. Ähm, es gibt ja die Game of the Year Edition und die normale, die sind nicht untereinander kompatibel, ähm, aber da mach ich mir keine Sorgen, äh, dass das schon klappt. Aber das wird werden, ich meine, das ist das bei, bei Control und Remedy und 505, das ist ultraschäbig, das ist wirklich, geht wirklich gar nicht, meiner Meinung nach, das ist, äh, das wird es ja auch ordentlich Sympathien kosten, glaube ich, weil gerade die Leute, die sie von vorne weg unterstützt haben bei dem Spiel, die werden jetzt gearscht. Nicht gut, äh, und bei einem anderen Ding, wo ich jetzt noch, wo noch ein Embargo draufliegt, wo jetzt die Tage angekündigt wird, da heißt es dann, auf der Playstation muss man innerhalb von einem gewissen Zeitraum runterladen, so wie das, glaube ich, bei EA auch war mit Madden, oder? Und bei der Xbox, kurioserweise nicht, da frage ich mich auch, was da der Grund ist, muss ich nicht verstehen, aber ich sage mal so, es ist kein Spiel, wo man weder auf die, jetzt noch in Zukunft spielen muss, sag ich jetzt mal. Äh, äh, meine ich, werde ich Spiele, die ich schon mal durchspielt habe auf PS4 und Xbox One nochmal angehen, falls die gratis per smarten Hälfte oder wie auch immer verfügbar gemacht werden? Rechtfertigt, ein bisschen besser Grafik, ein neues Durchspiel für mich? Nee, sicher nicht. Äh, fängt schon mal an, solange ich nicht einen 4K-Ultra-Luxus-Fernseher habe, pff, haha. Ich meine, und bei Spielen, die blitzsauber laufen, ähm, es gibt keinen Grund, also ich wäre jetzt mal, nehme ich ein Beispiel, Dirt 5 werde ich mutmaßlich testen. Ich gehe davon aus, dass das wie alle Codemaster-Spiele technisch sehr sauber sein wird, auch wenn diese, diese Playground-Demo-Version das nicht unbedingt hat rückschließen lassen. Äh, also wenn es auf dem Niveau von Grid läuft zum Beispiel, nö, dann höhere Auflösung, 120 Frames, pff, nee. Ähm, wenn es ein Spiel ist, wo irgendwie jetzt stottert und rumtut und ich richtig toll finde, dann würde ich vielleicht mal drüber nachdenken. Also wenn es ein Story-Spiel ist, dann auch unwahrscheinlich. Ähm, aber, ja, also Witcher habe ich jetzt in meinem Fall den Vorteil, ich habe es tatsächlich zwar zweimal gekauft, aus Blödheit, wenn man so will, aber dann doch nie angefangen. Ähm, ich habe immer noch ein bisschen Angst, dass es mir keinen Spaß, nicht genug Spaß macht. Ähm, aber das kann ich jetzt natürlich auch noch warten. Und dann, da habe ich jetzt einen Vorteil, so gesehen, aber, ja. Äh, und grundsätzlich, bestse, bessere Grafik nochmal durchspielen, nur wenn genug Zeit verstrichen ist. Ich meine, irgendwelche Remasters, Moment, ich habe es schon vergessen, wer war das, der sich, der so, der den Anfall von Wahnsinn gerade Saints Row nochmal spielt? Da ist theoretisch genug Zeit verstrichen, aber ich würde es trotzdem nicht nochmal spielen. Ähm, ja, sowas also. Habe ich schon einen der Kingsman-Filme gesehen? Falls ja, wie finde ich ihn oder beide? Den ersten habe ich gesehen, ich fand ihn sehr gut, also, naja, sehr gut, ich fand ihn wirklich gute Unterhaltung. Ähm, ich würde ihn nicht Billian nennen oder sonst was, aber er war echt gut gemacht und das geht, kann man anschauen, gutes Popcorn-Kino. Völlig okay, der zweite ist doch, glaube ich, ein Prequel und ich bin nicht so der Fan von Prequels. Ne, ist gelogen, es war kein, oder doch? Fuck. Ne, es war kein Prequel. Warum habe ich den nicht angeschaut? Ich habe ihn doch sogar. Gute Frage, ne, der jetzt kommen würde, der ist jetzt, glaube ich, ein Prequel, oder? Das ist ja auch Kingsman Singular oder so. Ne, also, der erste war echt gut. Und, äh, da, 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 ja, Colin so und so, der macht da auch eine spannende Figur als Actionheld, aber, ja. Wie sieht es mit dem Maze Runner-Film aus? Hat er diese, diese Woche hat er den dritten, letzten Teil gesehen und findet die Filme echt richtig gut, was er so nicht erwartet hätte? Die habe ich nicht gesehen, das ist so, wie heißt das, die Young Adult, äh, Buchserien, da habe ich, von denen habe ich relativ wenig. Außer, außer Hunger Games, wo ich den vierten auch bis heute nicht gesehen habe, habe ich da eigentlich nichts angeschaut. Nicht, weil ich jetzt fundamental dagegen wäre, aber, nö, mö, mei, hm. Ich kann übrigens sagen, Bill und Ted 3, äh, habe ich mir sagen lassen, man muss ihn nicht unbedingt angeschaut haben. Ist zwar kein Drama, nicht, aber auch nichts, äh, must see. Hm, schade eigentlich. Ähm, was wollte ich? Genau, Maze Runner ist ja irgendwie auch der Knackpunkt. Das ist ja nicht zu Ende, glaube ich. Da hätte eigentlich noch ein Vierter kommen sollen, da war es, wenn man dann das Geld, das Geld ausgegangen oder hat sich nicht gerechnet, dann wollte es in der Fernseher rausmachen und dann hat die da Hauptdarstellung irgendwie nicht gewollt. Also ich habe es vage irgendwo gelesen, aber das ist natürlich immer ungünstig, wenn, äh, wenn es nicht so richtig zu Ende geht. Ich weiß nicht, ob der dritte einen vernünftigen Zwischenschluss hingestellt hat, wo man sagen kann, damit kann man aufhören. Aber, das ist immer schwierig bei Sachen, die auf einer Buchserie beruhen. Ja, äh, geil. Ähm, wenn ich vor der Kamera Chips knabbere, was mache ich mit der Tüte, sobald die Kamera aus ist? Kommt die Tüte dann weg für später oder wird dann auch leer gemacht an Ort und Stelle? Unterschiedlich. Also die wird schon relativ zeitnah erledigt, äh, wobei ich lustigerweise dieser Tage beim Wegräumen von den ganzen Pringels-Dosen, äh, Pringels, Pringels sind ja gut, aber A, sie sind arschteuer, die kann man nur, also nur kaufen, wenn sie im Angebot sind, für die Hälfte, meine ich. Äh, B, da habe ich, ich bin jetzt ja kein, äh, oh mein Gott, ich fühle, ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen tagelang, weil ich einmal eine Plastiktüte angesehen habe. Aber bei den Pringels-Dosen denke ich mir auch immer, das ist jetzt, das, die sind wirklich, ah, Overkill. Ich meine, es gibt ja auch so Röhrenchips mit Papphülle, wobei ich gerade nicht weiß, ich glaube, beim Aldi, ohne, kann ich beschwören, aber ich glaube, beim Aldi gibt es die, oder? Ähm, da, da würde ich, hätte ich nichts dagegen, wenn es auch anders wäre, also die Pringels würden ja deswegen nicht schlechter schwenken. Nein, also ich habe eine, eine Röhrechips, andere Chips, äh, hier in meinem, auf meinem Kühlschrank stehen, wo ich sie hingestellt hatte, mal und habe sie nicht fett, da war noch ein bisschen drin, Paprika, Standard-Paprika-Chips, die aber Mitte August abgelaufen sind und ich glaube, ich kann gut ein Gewisses sagen, nachdem ich drangeknabbert habe, das merkt man, dass die abgelaufen sind, also ich glaube, die werden nicht mehr fertig essen. Nein, normalerweise gehen die Zeiten am gleichen Tag oder noch am nächsten weg, aber nicht unmittelbar nach Kamera aus und jetzt weg damit. Da kann ich mich schlecht zügeln, deswegen sind so, äh, Großpackungen immer gefährlich, auch so ein Kilo Haribo-Dosen, die neigen dazu, schnell wegzugehen. Nicht am Stück, weil dann wird es mir einfach schlecht, aber zu schnell. Ja, äh, so. Wenn ich den Herrn Steinecke immer wieder treffe, könnte ich ihn als Experten vielleicht mal fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, ein per Komponentenkabel zugeführtes Signal per HDMI aus dem AV-Receiver weiterzuführen an den Fernseher. Ton geht, aber im Bild bleibt es schwarz. Ich kann es versuchen, daran zu denken. Theoretisch müsste ich ihn nächste Woche sehen, ja. Ja, ähm, ich bin mir aber relativ sicher, dass er das nicht weiß und dass es auch der Herr Oswald mutmaßlich nicht unbedingt weiß. Komponente sind die Juft, oder täusche mich jetzt hier. Ich glaube, ja, das andere wäre Komposit. Da tue ich mir auch immer schwer mit, aber ja, ich probiere es mal. Ein schönes Wochenende, allen Hörern, mir wünscht er der Tokio. Danke, gleichfalls. So. Numero Uno. Numero Zwo. Der Dominik. Hallo und guten Tag, oder? Hier ein schlechter Witz zum Wochenende. Was ist rot und steht vor dem Kopierer? Eine Paprikantin. Au. Haha. Da kann es aber auch ein Paprikant sein, oder? Eigentlich. Egal. Schlechter Witz war irgendwie auch die diesjährige Gamescom. Fast nichts Interessantes für ihn dabei oder altbekanntes Zeug. Äh, ja. Richtig. Über den Trailer von Little Nightmares 2 hat er sich sehr gefreut, weil er halt einen sehr mochte. Ich habe den halt immer noch nicht gespielt. Das ist natürlich doof, aber ich habe ein bisschen so den Limbo Overkill und das geht ja ein bisschen in die Richtung. Aber wahrscheinlich freier und einfacher, besser, weil er ja auch mehr Dreidimensional hat. Aber, ja. Macht Lust auf mehr, hat einen tollen Look. Leider erst im Februar. Ja. Aber dann irgendwann auch für PS5. Yay. Oder Xbox Series X. Ja. Ein Batman-Spiel ohne Batman. Da hat er sich sehr gewundert, optisch aber nicht. Ja, wie man es nimmt. Ich habe, äh, die Batman-Familie ist ja groß. Das ist ja jetzt, ich meine, Titans kann man auch anschauen, obwohl kein Batman vorkommt. Aber ich, ich, geil, das ist ja das Montreal-Studio. Ich habe keinen Zimmer. Ich habe mich ganz ehrlich nicht weiter damit befasst. Ich finde, das Suicide Squad-Game total, das klingt noch weniger spannend für mich. Und das kommt ja auch erst irgendwann in ferner Zukunft. Ach, ich weiß nicht. Ja. Also, ist nicht meine Welt irgendwie. Warum kann ich es gar nicht so recht ergründen? Was halte ich von Nintendo's Mario Overkill? Er findet das Game & Watch Ding ziemlich cool. Das wird gekauft. Super Mario Bros. geht immer. Ne, Super Mario Bros. habe ich eigentlich gar kein Interesse. Also, wie irgendwo jemand auch geschrieben hat, eine neue Auflage, was ultra brillant wäre. Was wir nie kriegen werden. Eine Game & Watch-Neuauflage mit allen Spielen drin. Das ist natürlich technisch schon ein bisschen problematisch, weil es ja die Doppelscreen-Dinger gibt in verschiedenen Varianten. Aber dann halt nicht alle, aber zumindest alle, die halt Standardformat haben. Also, mit einem modernen Display ließe sich das natürlich auch regeln. Ich meine, es gab auf dem Game Boy ja auch alle möglichen Game & Watch-Galleries. Das wäre super cool. Selbst wenn sie nicht mit der modernen Variante wären. Aber nee, ja, ich finde das ganz knuffig, aber es ist eigentlich auch total knaller. Also, da könnte ich vielleicht schwach werden, aber muss man erst mal gucken, was es kostet. Ich habe ja heute gelesen, die Mario Cards, die AR-Cards, die ich eigentlich... Also, die Präsentation war super cool und man sieht sofort, dass es im realen Leben niemals vernünftig nutzbar sein wird. Für fast niemanden. Die kosten scheinbar 100 Pfund, also 100 Euro aufwärts pro Stück. Ja, vielen Dank. Nee, die 3D-Sammlung, die ist natürlich, mein Gott, scheint ein bisschen billig oder halt mit minimalem Aufwand gemacht zu sein. Und natürlich ist die ganz große Frage, warum Galaxy 2 offenbar ausradiert worden ist, rückwirkend. Und das ist schon sehr merkwürdig, das versteht keiner. Mario Land, wie es heißt, mein Gott, das habe ich noch nicht gespielt, wie so vieles. Da kann man mal gucken, aber es ist erst nicht schön. Ja. Dieses Mario Bros. 35, das könnte auch cool werden. Wenn es auch nur annähernd so gut ist wie Tetris 99, dann hat das schon was. Und es kostet ja auch nichts. Ja, ich finde, was mich an der ganzen Geschichte wieder sehr genervt hat, war dieses aus dem Nichts. Die Presse mitteilen kamen dann drei Stunden später und ich habe das Direct nicht mitbekommen in dem Moment. Dann ruft mich und dann hast du das gesehen gerade. Und ich so, was? Nintendo hat die ganzen... Und ich so, nein. Also nächste Woche wäre es schlimmer gewesen, weil dann wäre die Deadline zu nahe gewesen schon. Aber auch so ist es schon wieder so... Und vor allem Mario ist halt nicht so mein Ding. Aber ja, hat schon was. Also er meint, 3D All-Stars ist nett, auch wenn er Mario 4.6 nicht sehr mag, aber schön für Fans. Das Mario-Cut-Ding ist einigwürdig aber interessant. Und er hofft ja immer noch mal ein neues Wave Race, das bessere Rennspiel von Nintendo. Ja, wobei ich das auf dem Gamecube lang nicht so gut fand. Das sah zwar besser aus, aber es hat sich irgendwie nicht so toll gespielt. Das Bluestorm, das war das letzte, gell? Splashdown auf der Playstation, das war richtig toll. Das war zwar auch, der Wellengang war zwar eher ein bisschen bieder, aber das war richtig gut. Und auf der Xbox war es, glaube ich, gab es von Take-Two irgendwas mit, ich würde gerne, Carve oder irgend so was in der Richtung. Das war so ein Mid-Price-Ding. Das war wahrscheinlich das nächste an einem Wave Race, was mir so spontan einfiel. Wäre schön, wenn das mal wieder rausgebe. Hätte ich auch nichts dagegen. Aber ja, im Prinzip nichts dagegen. Auf der Playstation gibt es das Aqua-Moto irgendwas, das kann man aber auch ignorieren. Muss man wirklich nicht gespielt haben. Ihm fehlen dieses Jahr aber noch die großen Weihnachtskanale von Nintendo. Ja, das ist wohl wahr. Es gibt ja Leute, die alle sagen, ah, guck mal, nachdem das Ding jetzt schon rauskommt, im September, ist der November-Termin ja noch frei. Das stimmt wohl. Ähm, und hey, die hoffen alle irgendwie auf Bravely Default. Denkt man, never. Bravely Default wird nicht das große Weihnachtsthema. Das ist ein Randgruppenspiel. Ich meine, bei Xenoblade haben sie es ein bisschen geschafft, den Leuten das als, äh, große Nummer zu verkaufen. Aber Bravely Default ganz sicher nicht. Äh, warten wir es ab, was da so kommt. Bayonetta 3 wäre natürlich auch ein guter Gag, weil das ist auch sicher kein Kassenschlagerspiel. Aber von mir aus. Ja, warten wir es ab. Äh, die Vorstellungspolitik von Nintendo ist schon sehr eigen. Ich denke gerade, aber, naja. Was ist meine Meinung zu Lego Mario? Äh, unsexy. Wir haben es ja in der aktuellen Ausgabe groß drin. Ich habe es mir auch ein bisschen, ich habe es mir erklären lassen vom, das hat unser Oberchef himself gemacht. Was selten vorkommt, aber er hat es gemacht. Das ist also soweit was Besonderes. Ähm, der hat es mir auch erklärt. Also es ist, er meint, es ist viel zu komplex für die eigentliche Zielgruppe. Ohne Eltern geht da gar nichts. Äh, aber mir gefällt es halt einfach optisch nicht. Ich meine, ich finde, die Ideen, die drinstecken, es ist schon irgendwo cool gemacht. Aber es ist halt so gar nichts für mich. Aber das Lego NES wäre ganz cool, aber das ist mir entschieden zu teuer. Und dazu bin ich nicht nostalgisch genug, dass ich 200 Euro hinlatzen möchte. Mehr als 1000 Euro würde ich auch nicht für ein Sofa ausgeben wollen. Man sitzt hier nur drauf und mehr soll es auch nicht sein. Das ist richtig, aber das sollte schon bequem sein. Das sollte ideal, aber das Problem ist halt, da zum Preis was Gutes zu finden. Ich habe keinen Schimmer, was meine alte Couch damals gekostet hat. In der Form, sowas gibt es halt auch überhaupt gar nicht mehr. Aber ja, also ich wäre schon, wenn es ideal wäre, wäre ich ein, es wäre am falschen Ende gespart, finde ich. Zu sagen, man sitzt nur drauf, aber ja, das ist wichtig, dass man gut sitzt, bequem sitzt. Und das Kreuz und so weiter, also das hat schon eine Relevanz. Aber ja, jetzt habe ich eine, wo das hoffentlich alles erfüllt. Schaue ich mir gerne Dartmeisterschaften an. Da finde ich es persönlich langweilig und wenig spannend. Dann lieber selbst spielen. Nee, selbst spielen, kein bisschen. Anschauen, ja. Nicht alles natürlich. Und ein bisschen muss man die Stimmung haben. Momentan läuft ja die Premier League oder Leaf, pardon, die letzten zwei Wochen, bis zum, jetzt müssten sie durch sein, es muss das Finale sein. Die, was war das davor? Die World Series, wo der Holländer gewonnen hat, der Junge. Also nee, im Prinzip, also ich suche es jetzt nicht danach und schaue es nicht konsequent. Aber ich habe die WM, die über Weihnachten kommt, da kommt ja sonst nichts an Sport. Und da kann man sich gut eben bediesen lassen nebenbei, weil es halt ja eben so, wie soll ich sagen, nicht so spektakulär intensiv ist. Aber nicht spannend, das stimmt so nicht. Das kann ultraspannend sein. Man muss halt natürlich sich damit anfreunden wollen. Aber wenn da jetzt so, wie halt beim Tennis auch, wenn jemand drei Matchbälle vergibt und der andere holt dann noch auf, dann ist es schon, kann das schon sehr spannend sein. Und beim Darts geht es halt auch immer relativ schnell hin und her, wenn es sein kann. Natürlich ist ein, ich sage jetzt mal ein 7-0, je nachdem, was für eine Art von Match gespielt wird, natürlich langweilig. Aber wenn es halt wirklich Kopf an Kopf ist und dann in den Tiebreak geht, und das kann schon sehr, sehr spannend sein. Und bei der WM und zu normalen Zeiten, jetzt ist es natürlich auch wieder was anderes, da ist halt auch Stimmung im Publikum und Halligalli. Und das ist schon, ich finde, das ist eine nette Nebenberieselung primär. Also offensichtlich finden das viele Leute, weil die Quoten auf Sport 1, viel mehr kriegen sie, glaube ich, außer bei Fußball, nicht zusammen. Aber ja, äh, und selber spielen, nee, dazu habe ich nicht die Skills und den Willen, mich zu üben. Und nur so an die Wand werfen ist halt auch ein bisschen doof. Ich meine, ich habe mal, ich war mal eine Zeit lang absurderweise im Tennis-Club, habe aber auch immer, wollte immer eigentlich was die Bälle hin und her ploppen, weil mir das Spaß macht, aber nicht auf Punkte spielen. Und da musst du halt, da hast du dann wieder das Problem, eine zweite Person zu finden, die das auch okay findet. Aber tja, beim Darts ging es wenigstens alleine auch. Naja, gibt es einen guten Anime-Streamings außer Crunchyroll? Ich habe keinen Schimmer. Ich habe Crunchyroll nicht so gut benutzt. Es gibt Wag-Anim natürlich in der Theorie, die haben zumindest viel Auswahl. Und da gibt es auch die Gratis-Variante, der muss halt mit Werbung leben. Und muss halt im Falle von Kandagawa mit der geschnittenen deutschen Fassung leben. Aber das geht schon. Ich meine, also für meinen persönlichen Konsum, den ich unterbringen würde, zeitlich reichen. Netflix und Amazon sicher auch schon. Also Netflix hat doch auch ganz schön viel. Amazon ja auch. Also anderweitig, wie gesagt, ich weiß, dass es Wag-Anim gibt. Die sind auch in Deutschland vertreten. Aber was und wie kann ich dir nicht sagen. Und ob die viel taugen. Und ob man sie, kann man die überhaupt am Fernseher streamen? Oder ist das eine wettbasierte Geschichte? Ich weiß es nicht. Gibt es Crunchyroll überhaupt bei uns auf der Playstation? Keine Ahnung. Alles spannende Fragen, die aber nicht so spannend sind. Warum mag ich kein Bier? Gerade in Bayern gibt es so Millionen gute Vertreter. Bei Reuter oder Tegernseher zum Beispiel. Na, mir schmeckt es halt einfach nicht. Es gibt ja so die, ich kann mich vage rennen, dass es im Biologieunterricht mal gehört zu haben, dass Kinder grundsätzlich und junge Menschen Bier nicht so mögen, weil die Geschmacksknospen da noch nicht entsprechend ausgewachsen sind, nenne ich es mal. Weil, das könnte ich natürlich die These aufstellen, dass meine sich halt nie komplett entwickelt haben. Oder auch nicht. Mir schmeckt es einfach nicht. Es hat immer so einen Bittergeschmack, irgendwas. Ich meine, Alkohol verträglich und rauscht. Also ich habe kein Interesse besoffen zu sein. Das ist ein Kontrollverlust. In welcher Art ist jetzt nicht irgendwas, auf das ich stehe? Das muss nicht sein. Demnach bin ich da nicht interessiert. Also ich habe meinen Lebtag noch kein Bier getrunken, wo ich sagen würde, das ist jetzt toll vom Geschmack. Es gibt höchstes Biere, die man trinken kann zur Not, sage ich jetzt mal. Bevor ich gar nichts zum Trinken habe. Dann hört ihr auch lieber Wasser. Aber nee, ist halt einfach nicht meins. Vielleicht ist es in der Physiologie begründet. Mag sein. Das habe ich aber sonst. Ich mag auch keine Tomaten. Also Tomaten mag ich nur weiterverarbeitet auf einem Ketchup oder auf einem. Auf einem Hamburger zur Not noch, wo halt außenrum Sachen da von der Tomate ablenken können. Und natürlich auf Pizza. Also in der Pizza Soße, nenne ich es jetzt mal. Wenn da eine Kirschtomate draufliegt, bin ich wieder nicht mehr so der Fan. Sind bei den Leuten mit diesen komischen Internetsender der Erfolg zu Kopf gestiegen? Kommt oft so rüber bei gewissen Menschen. Das kann ich dir ehrlich nicht so sagen. Ob es daran liegt oder ob es einfach von Natur aus Asseln sind. Also bei, ich sage mal so, bei der Person, die einer Person, bin ich mir relativ sicher, dass das nicht erst durch den Erfolg gekommen ist. Bei anderen weiß ich ehrlich gesagt nicht mal, wo ihr Problem wirklich so ist. Aber, nein. Die sind weit weg von mir. Sie wollen mit mir nichts zu tun haben. Ich mit ihnen nicht. Gibt Ausnahmen. Aber auch die treffe ich natürlich selten. Ja, frag mich nicht, wie gesagt. Ich weiß es nicht. Bin ich ein Leergutsammler oder bringe ich immer gleich alles zum Automaten? Nee. Ich warte halt immer ab, bis es eine gewisse Masse erreicht hat. Und dann fahre ich sie beim Einkaufen weg und hole mir den nächsten Nachschub. Aktuell ist es natürlich durch meistens daheim sein, schüllt schon mal eine größere Menge an. Weil ich nur zum Rückgeben nicht losfahre, aber ja, weil es sich halt lohnt. Also ich habe nicht so nach dem Motto, ich sammle jetzt 500 Flaschen und dann fahre ich mal auf einmal. Also ich sage jetzt mal, so wenn es jetzt über 20 drüber geht, dann wird es schon genug. Also wenn es meine große Tüte überfüllt ist, dann reicht es mir schon. Also mehr muss es nicht unbedingt werden. Aber aktuell habe ich meistens zwei große Tüten, weil ich nicht allzu oft einkaufen fahre. Tue ich eh nicht so, aber situationsbedingt natürlich jetzt eh noch weniger. Aber naja, schönes Wochenende, liebe Grüße, gleichfalls. Und Fotos nochmal, irgendwie nicht schön. Da haben wir diesen Lego Mario, das ist korrekt. Das ist mein Reden eben auch. Dann eine optische Täuschung, die man, ja, ich glaube ich brauche eine Therapie, kann ich dazu nur sagen. Du kennst das Bild, die anderen nicht, macht ja nichts. Und Raketen on Tour, ja, da sehe ich ein hübsches Bildchen von, oh, mit dem Luftballon. Wo jemand am Steg steht bei Animal Crossing und beim Feuerwerk zuschaut und einen Ghostbusters-Logo-Geist in die Luft geschossen hat. Ja, die haben, also solche Motive funktionieren natürlich prima als Eigenbau-Feuerwerke. Aber jetzt ist ja erstmal für ein Jahr lang wieder vorbei mit Feuerwerken. Ich habe mir auch alle vier Kopfbedeckungen geholt. Eine habe ich jetzt doppelt natürlich. Und ja, und schön. Na, Animal Crossing ist und bleibt einfach schön. Kann man nichts sagen. Gut, dann gehen wir zum eben gerade verschobenen, nach hinten geschobenen Zweiteiler, wo die zweite Mail dann heute kam. Nämlich vom Cookie. Die erste Hälfte erstmal. Hallo, oder ich meinte, das war dann aber ein schlechter Möbelservice. Ja, das haben wir ja gesagt. Normalerweise nehmen die Möbelhäuser die Verpackung der neuen Möbel sowie die alten Möbel mit. Das kostet in der Regel einen Speditionssatz zwischen 40 und maximal 100 Euro. Manche Möbelhäuser übernehmen je nach Verkaufsfluss der neuen Möbel die Speditionsgebühr komplett. Dadurch, dass die Möbel direkt in das passende Zimmer getragen werden, würde ich immer ein paar Euro springen lassen. Ja, wie gesagt, die Idee hatten wir schon auch. Aber beim XXXLutz ist es halt nicht so. Es kann jetzt natürlich sein, ich weiß nicht, weil du das letzte Mal Möbel gekauft hast. Es kann natürlich sein, dass es anderswo immer noch so ist. Es kann sein, dass es sich in letzter Zeit und gerade eben im letzten halben Jahr so geändert hat. Wer weiß das. Oder es kann sein, dass es nur bei denen so ist, weil sie sie nicht nötig haben. Ich hätte auch natürlich gedacht, das bringen und so, dass inklusive, dass es Geld kostet, 100 Euro eben, das hätte ich auch noch gesagt. Aber das war ja deutlich mehr für ein Möbelstück. Nee, danke. Wie gesagt, das müsste bis zum Monatsende oder so, glaube ich, steht auf meinem Zettel. Spätestens müsste eigentlich passiert sein. Das wird spannend. Schauen wir mal. Oh wei, oh wei. Glaubst du mir jetzt schon? Ich hoffe, wir können meinen Neffen einspannen, wenn er bis dahin noch gesund ist. Weil dann, das wäre jetzt meine Idee. Ja, mal abwarten. Ja, das stimmt schon. Also das mit dem Mitnehmen, damit haben wir spekuliert, dass man denen jetzt auch vielleicht dann so quasi unter der Hand mit denen vor Ort hier ausmachen kann. Aber das hat sich ja dann alles erübrigt. Und dann so bei uns hieß es ja, Mitnehmen, ja, wenn es schon draußen steht, dann ist es auch schon wurscht. Wenn wir es erstmal so weit gebracht haben bis zur Müllhalde, kommen wir dann auch noch damit. Aber ja, ist halt so. Ich meine, wie vorhin erwähnt, es hilft ja auch nichts, wenn ich sage, dann gehe ich halt zum anderen Möbelhaus. Ich muss erstmal eine Couch finden, die mir in den Kram passt. Und die war halt jetzt tatsächlich, perfekt ist der falsche, also ideal. Aber so, dass ich sagen kann, okay, die nehme ich jetzt, da muss ich mich hinten nachher nicht ärgern und die passt eigentlich. Weil die ist ein bisschen klein, aber ich bin ja meistens, also zu 99% der Zeit hockt nur ich drauf und vielleicht die Katze und dafür reicht es gerade noch. Zum Thema teure Anime-Serie muss ich mir widersprechen. Meine Staffel Jetski-Holtfellerin kostet 120 Euro pro Staffel. Das ist schon sehr teuer, aber doch eher die Ausnahme. Also ich kann dir nur sagen, ich rede ja mit unseren, mit den Audio-Visionsleuten hier und da und der eine, der sich auch so nicht nur arbeitsrechtlich, sondern privat mit Anime-Sachen verlustiert. Und der meint, in Deutschland ist das Zeug halt einfach teuer. Und ich eben so, die paar Mal, wo ich geschaut habe, war das Zeug auch immer alles kackteuer. Aber ich habe ja mal zum Beispiel die Professor Layton, nee, die Layton-Tochter-Serie fürs Heft besprochen. Die war auch so absurd teuer. Ich glaube, fünf Discs mit jeweils 40. Und eben Steins Gate war zu dem Zeitpunkt kacken teuer. Also das ist schon eher so unüblich nicht. Vielleicht nicht ganz so extrem wie das jetzt. Aber doch, ich glaube, ja doch, Valkyrie Drive Mermaid war auch so scheißteuer. Also es waren auch vielleicht was zwei Discs, aber zwei Teile. Aber es ist alles so teuer. Ja gut, wie gesagt, für mich zu teuer, kann man vergessen. Aber ja, für die vier Doppelvideos von Street Fighter Victory hat er je 70 Mark gezahlt. In Summe also 280 Mark, 640 Euro. Das war aber auch noch nicht mal die teuerste Staffel. Das kann gut sein. Wobei halt zu der Zeit, das ist jetzt über 20 Jahre her, war das ja eh alles noch so mehr so exotisch und nicht so Massenphänomen, wie es jetzt doch einigermaßen ist. Da gab es ja die ganzen Privatsender mit den richtigen Anime-Serien noch nicht. Da lief halt bei uns immer Pokémon und die Sport-Animes und natürlich Heidi und Captain Future. Also mehr so Mainstream-tauglichere. Könnten auch bei uns erfunden worden sein. Also auch noch nicht so was wie Sword Art Online. Ich meine, das hat doch eigentlich erst mit MTV angefangen, wo dann die in Anführungszeichen richtigen Anime-Serien kamen mit Cowboy Bebop und Golden Boy, oh Gott. Und wie halt alles hieß, was auf MTV lief. Ja, aber egal, ist halt so. Ja, wie gesagt, ich kaufe jetzt eher, ich kaufe sicher mal eher nichts. 91 Minuten für Bill & Ted ist doch normal, die alten Filme gingen auch nur so lang, das ist korrekt. Trotzdem, heutzutage ist 90 Minuten schon sehr kurz. Heutzutage braucht doch jeder noch so blöde Film, muss zwei Stunden dauern, gefühlt. Wobei, der spielt in Echtzeit, Bill & Ted. So gesehen ist es auch okay. Und auch hier haben wir in gut informierte Quellen berichtet, dass er eher langatmig ist. Das ist natürlich schon bitter. Aber gut, ja. Dann wieder hört er jetzt nach der Gamescom nochmal so eine Frage. Wie gefiel mir die rein digitale Messe? Ganz ehrlich, ich habe sie nach der Opening Night nicht mehr wahrgenommen. Ich weiß zwar, dass sie war, aber es hat mich eigentlich nicht interessiert und offenbar ist ja auch nichts passiert, was wirklich spannend war. Die Gamescom schreibt, sie waren super erfolgreich damit. Ja, ich glaube sie einfach nicht. Sorry. Aber gut. Was waren meine Highlights? Es gab keine Highlights. Jo. Nö, es gab eigentlich keine Highlights. Wirklich nicht. Wo? Wüsste nicht was. Das ist traurig, aber ich meine, ich habe es ja auch nicht erwartet. Was ist die Enttäuschung? Das könnte ich sagen, dass es keine Highlights gab, aber wie gesagt, eigentlich, wenn man niedrige Erwartungen hat, kann man schlecht enttäuscht werden. Enttäuschung war vielleicht, dass die Opening Night so zäh war. Aber auch da wiederum, wenn man ehrlich mit sich ist, das sind die Kili-Sachen meistens. Die könnten halb so lang sein, dann wären sie auch okay. Aber ja. Was ist die Most Wanted und die Überraschung? Most Wanted habe ich, glaube ich, gar keine. Ich kann dir echt nichts spontan sagen, was sie angekündigt haben, wo ich sagen hätte, oh cool. Und ich habe den Artikel drüber gemacht mit den ganzen, also ich habe die Spielerschnipsel geschrieben und mir fällt jetzt schon nichts mehr ein, weil ich sagen würde, oh cool, mein Little Nightmares 2 ist ja nichts Neues, aber okay, da lasse ich es mal eingehen. Überraschung, weil du noch fragst, vielleicht dieses Unknown Nine, weil das irgendwie so, hä, was ist das? Aber mehr so, oh Gottes Willen, oh ja, eine übergreifende Welt mit Podcast und Buch und Comic und so, äh, 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 ich weiß nicht. Ja, das war es auch so ungefähr. Ich habe gesagt, nicht spannend, gibst du. Was halte ich von Morbius, Venom 2, Batman und Spider-Man Homesick Trailer? Äh, ich habe die alle nicht gesehen, Spider-Man Homesick, was ist das? Das muss ich mal gucken. Das sagt mir tatsächlich gar nichts. Äh, Spider-Man Homesick. Das ist, das ist an mir, ach du Scheiße, das ist ja schon halb sehr alt, der erste Teaser, ernsthaft? Hä, das, das sagt schon vieles, oder? Äh, wenn ich, der Official Trailer ist vier Monate alt, ernsthaft, ich habe von dem noch gar nichts mitbekommen. Ja, äh, hier steht jetzt Homerun oder Homesick, ist jetzt auch egal. Ne, ich habe davon null mitbekommen, Wahnsinn. Morbius, der lebende Vampir, oder wie war das? Ich habe den im Comic schon nicht mehr im Kopf, was wirkt er mich dann? Venom 2, ich habe den ersten nicht gesehen und Batman, ja. äh, Pattinson, ich glaube, keine Ahnung, nein, irgendwo, ich bin, das ist ziemlich traurig, ich bin so komplett raus aus der Superhelden-Film-Geschichte, dass ich dazu alles nichts sagen kann, aber gerade diese zweite Reihe Leute in der nächsten Mal, die interessieren mich natürlich wie Venom und Morbius relativ nicht. Batman an sich hat mich nicht so, hat sich für mich ein bisschen erledigt. erledigt, mei, und Spider-Man, ich habe noch keinen Film gesehen mit Tom Holland, warum auch immer eigentlich, weil ich muss zugeben, der macht, der wirkt als Spider-Man in den Avengers-Filmen eigentlich ganz interessant. Ähm, ja, aber so. Werde ein Spider-Gwen-Film interessant für mich? Ähm, ich habe, das ist, Spider-Gwen ist eine Figur aus der Zeit, wo ich mit Marvel schon wirklich nicht, den Comics nicht mehr viel am Hut hatte, ich weiß natürlich, so ganz vage, natürlich, Gwen Stacy als Spider-Man, keine Ahnung, ist die, ist die im Mainstream-Universum? Sie haben doch irgendwie vor ein paar Jahren mal die Sachen vereinigt, deswegen ist jetzt Miles Morales auch im gleichen Universum mit Peter Parker. Ist sie da irgendwie Mainstream oder ist das eine alternative Geschichte? Ähm, dann, ähm, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, das ist alles ein bisschen komisch für mich. Ja, also das ist alles, äh, weiß ich, ich glaube, keine Ahnung, war da eine, warte mal, ne, Gwenpool war diese, Deadpool war die andere, ich kann zu Spider-Gwen gar nichts sagen, aber ich meine, uninteressanter wie in Morbius ist es für mich sicher auch nicht, aber, ja. Was für eine Comic-Verfilmung vermisse ich? Äh, aktuell gar keine. Ähm, was für eine, Invincible ist die Serie in Arbeit, glaube ich, Invincible bin ich sehr gespannt, was das wird, das könnte sehr gut werden, die Frage ist nur, was machen sie damit, weil das war wie viel, 130 Folgen oder so, das, ne, war weniger gleich, aber auf jeden Fall sehr kompakt, sehr viel, sehr lang auch, puh, also das, das wäre schon interessant, das wird hoffentlich interessant, Mainstream-Leute, Deadpool gibt's ja schon, hab ich irgendwas von, Powers, ne gute Powers-Serie, wer, also die ersten paar, ah ne, Blödsinn, die gab's ja, Blödsinn, die gab's ja, die gab's ja, die lief auf dem Sony-Netzwerk, die lief auf der Playstation mit dem, mit dem District 9-Dödel, die war auch gar nicht mal so schlecht, aber sie hat halt auch fundamentale Sachen teilweise anders gemacht, gerade mit Retro-Girl, die gab's ja, das hab ich schon völlig vergessen, die zweite Stapler wieder nicht gesehen, ähm, der Charlto Copley, jetzt hab ich's, ja Wahnsinn, und die Dina Pilgrim war schwarz statt weiß, was jetzt nicht schlimm war, aber auch, wo man sich auch ein bisschen wundert, das war noch bevor die ganze, ganze Feindschaft zwischen, äh, sozial aufgeschlossenen und Arschlöchern losgegangen ist, die wir heutzutage ja so großartig erleben dürfen, ähm, boah, ne, äh, also von den Mainst, von DC und Marvel tue ich immer ganz schwer, ich mein, die DC-Serien laufen ja ganz gut, äh, die aus dem Arrowverse, na, also, boah, könnte ja jetzt ehrlich nichts sagen, also vermissen tue ich gar nichts, aber interessierend hätte mich vielleicht, ne, also ich glaub, eher so Sachen, so, so eben, so Geschichten wie The Boys, oder so, wenn sie gut gemacht sind, weil die ja mal was Fisches sondern, spricht mich die neueste Phase des Marvel Cinematic Universe an, ich musste ja sagen, ich hab keine Ahnung, was da überhaupt passiert, äh, aktuell, ich mein, ein Black Panther 2 werden wir nicht mehr kriegen, das ist klar, würde ich jetzt mal davon ausgehen, wobei ausschließend kam es ja auch nicht, Spider-Man gibt's ja auch alle paar Jahre neun, jetzt muss ich grad mal gucken, Marvel Cinematic Universe, was ist denn für Phase 4 grad angesagt? äh, ha, 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 unannounced Phase, Black Panther war angesagt, für Mitte 2022, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das funktionieren soll, äh, ähm, Black Widow interessiert mich zum Beispiel, ne, ich hab nix gegen Black Widow, aber ich bin kein Prequel-Freund, deswegen Eternals 0, interessiert mich 0, Shang-Chi, ist auch nicht mein Thema, könnte gut sein, gut, Spider-Man, Far-From-Home-Sequel, ne, untitled, wie jetzt, äh, Thor, Thor könnte sehr interessant sein, Doctor Strange, da müsst ihr ihn endlich in den ersten Augen mal anschauen, ist echt traurig, dass ich den noch nicht gesehen hab, weil ich ja den Cumberbatch so gut finde, äh, ähm, ähm, Prime, aha, die Dreharbeiten hätten im März 21 bei Black Panther anfangen sollen, steht hier, pfff, ja, ich, ne, also auch da, ich hab Infinity War gesehen, bin jetzt quasi fertig, mehr juckt mich nicht, muss ich zugeben, also kann ich mit leben, ich glaub, ja, also ich vermisse es momentan überhaupt nicht, muss ich zugeben, so, dann die zweite Hälfte, Sektor Seltas, Baguette oder Sandwich, ähm, das eine ist nicht belegt, äh, gut, Sandwich ist ja zwingend belegt, sonst wäre es kein Sandwich, Baguette kann man auch so ein Stück Scheiben schneiden und Kräuterbutter darf tun und essen, ähm, ich glaub, Baguette, weil es eben ein bisschen einfacher ist, Sandwich ist, ist wie ein kalter Hamburger, dann ist es lieber ein Hamburger, nicht ganz, aber ja, Clinton oder Obama, äh, ich hab weder zum einen noch zum anderen jetzt irgendeine emotionale Bindung, also du meinst die Hillary, dann ist es natürlich hinfällig, ähm, ich mein, die haben eins, die haben natürlich viele Gemeinsamkeiten, dass ja eine Milliarde unendlich mal besser sind wie das, was uns jetzt grad in Amerika seit Jahren in Angst und Schrecken versetzt, äh, aber letzten Endes, äh, mir egal, ganz ehrlich, ja, Retro-Konsolen oder Current-Gen-Konsolen, ne, das ist natürlich aktuelle, ich mein, ich mag Retro gerne, logisch, äh, ich hoffe mal, dass ich meine Retro-Gamer in Zukunft auch noch kriege, ah, das ist auch, hey, über Future könnte ich mich so aufregen mit ihrem, der beschissenste Kundendienst ever, ich hab meine, meine gekaufte Edge bis heute nicht bekommen und sie auch nicht verschickt worden, ich hab jetzt die Edge-Cheffe aktuellen, hat mir gesagt, sie tüten sie mir jetzt ein, bin immer gespannt, also, glaub ich schon, die hat, dass sie überhaupt sich drum kümmert, ist schon traurig, ich mein, von ihr sehr nett und super, aber dass das notwendig ist, ist ein schlechter Witz, naja, äh, nein, aber natürlich, ich bin schon, ich muss nicht das Modernste von Modernen haben, aber natürlich gegenwärtige Konsolen, natürlich spiel lieber ein Drive-Club wie jetzt ein Enduro auf einem alten Atari, auch wenn das knuffig ist und so zieht sich das Ganze durch, also, wobei, also 2D-Spiele in 16-Bit-Niveau ist eine andere Barstelle, das kann man schon noch gut spielen, aber natürlich frühe Polygonspiele, da kriegt man es kotzen, bei den allermeisten, da will ich natürlich aktuelle haben, gar keine Frage. Schal oder Mütze? Ähm, bin eigentlich bei beiden nicht so der große Träger, aber im Prinzip wohl eher schon eine Mütze, weil ein Schal kann ich kompensieren mit einem Jackenkragen zur Not, wenn ich eine vernünftige Jacke habe, eine Mütze natürlich nicht, also, ja, Mütze. Schafe oder Ziegen? Äh, Schafe, Schafe können knuffig aussehen, Ziegen auf jeden Fall nicht. Markus Lanz oder Anne Will, oje, ähm, kann man schlecht vergleichen, weil ja, äh, der Lanz auch, auch mal gut, die letzten Monate natürlich auch seltener, auch, äh, eher Unterhaltungsthemen mal hat und Anne Will natürlich immer Politik oder aktuell gerade im Brennpunkt stehende, relevante Themen, äh, abhandelt. Schwierig, ich schaue sie beide nicht normalerweise. Ich sehe den Lanz eher mal zufällig, wie die will. Ähm, ich glaube schon, dass sie die Bessere ist wahrscheinlich und der Lanz hat mich, ähm, in seiner Art geht mir ab und zu auf den Sack ganz ordentlich und bei Wetten, das war er halt richtig schlimm, aber ja, aber mein Gott. Taschentücher oder Klopapier? Auch hier recht einfach, ähm, Klopapier kann man als Taschentuch benutzen, Taschentuch als Klopapier ist eher nicht so praktisch, äh, Papiertaschentücher schon gleich gar nicht und Stofftaschentücher, das ist ja ekelhaft dann, äh, am Hintern, ähm, vor allem einmal wischen, dann kann ich es wegschmeißen. Ne, äh, also Klopapier ist wichtiger. Morbius oder Venom? Ähm, ja, hatte ich ja vorhin, Morbius habe ich nicht keinerlei Bezug dazu und selbst in Comic-Kertern und Venom ist natürlich ein ikonischer Gegenspieler von, äh, Spider-Man so gesehen natürlich schon, wenn, dann schon natürlich Venom. Disney oder Ghibli-Zeichentrickfilme, äh, das, da muss ich natürlich zum Teil aus irgendeiner randspringen, weil ich bis heute keinen Ghibli-Film gesehen habe, hat sich halt mir nie so, äh, wie soll ich sagen, aufgezwungen, dass ich das tue, weil ja Ghibli mag schon ganz toll sein, aber es hat halt auch ein Niveau und ich will eigentlich eher leicht berieselt werden beim Zeichentrickfilme eher. Also so gesehen, Disney, damit bin ich halt auch groß geworden, natürlich Disney. Nicht, dass da alles toll und super ist, aber schon, Disney, da ist auch die, die Bandbreite für mich gefühlt mehr wie jetzt bei Ghibli, wo er sich doch in einem, soweit ich informiert bin, eher in einem, in einem engeren Költer befiegt, natürlich nicht ganz. Christopher Nolan oder James Cameron? Ähm, nein, nachdem ich die Nolan-Filme alle nie so super geflasht haben und ich nur weiß, wie super toll der sein soll. Und Cameron ist auch ein seltsamer Charakter und Titanic habe ich nie angeschaut, aber er hat halt Terminator gemacht, 1 und 2. Das alleine reicht schon. Also Cameron. James Cameron oder Cameron Diaz? Die habe ich schon ganz schön lange nicht mehr gesehen, die Cameron Diaz, aber ja, da kommt in welcher Kapazität, aber grundsätzlich ist die natürlich schon, ja, hat mehr. Doch. Escape Plan 1 oder 2 oder Escape from New York, respektive Klapperschlage oder Escape von L.A. Ja, auch da, ich habe die, die, die Carpenter-Filme nie gesehen. Kurt Russell ist die coole Sau, aber ich habe sie halt noch immer nicht gesehen, ich weiß. Bildungslücke, ist mir schon klar. Und Escape Plan habe ich auch nur den ersten gesehen, den zweiten, der ist so, fällt doch wohl deutlich ab, ich weiß nicht, ist der zweite Escape-Film von L.A. ist der auch noch gut. Also keine Ahnung, ich meine, von der Relevanz fürs Genre ist wahrscheinlich die Frage einfach, da muss es schon die Klapperschlange sein, aber ich kann es, wie gesagt, für mich selber momentan nicht einschätzen. Aber gut, soweit damit. Kein nächstes Wochenende mir und den schönen Spielern, ja, hoffen wir es doch mal, für uns alle. Ich werde jetzt hier eine Pause einlegen für mich, weil mein Essen gleich fertig ist und dann nehmen wir weiter auf. Wir sind aber jetzt schon länger wie letzte Woche und ich habe noch drei E-Mails. Also kommt schon noch ein bisschen was. Und für euch gleich, für mich ein bisschen nicht ganz so gleich, aber jetzt mache ich erstmal eine Sicherheitskopie dieser Aufnahme. So. Okay. Schnell gespeist, relativ schnell, meine Tortellini, leckere Tortellini vom Eis, die schmecken tatsächlich recht gut. Jetzt hier eine frische Flasche Schwibschraub aus dem Kühlschrank gezogen, noch nicht ins Mikro gerülpst, auch nicht schlecht. Nochmal weiter. Also, drei E-Mails, wie gesagt, noch. Der gute Diego hat sich als nächster gerührt. Er meint, heute sogar doch noch zeitig dazugekommen. Hat er recht, nehme ich schon vor 5 Uhr sogar. Wie geht's, wie steht's? Nö, wie immer bei mir, so ungefähr. Und jetzt, ich habe mal vorhin geschaut, ab morgen ist es auch noch einiger Maßnahmen und danach geht's wieder runter in die mittleren Zehner bis niedrigen 20 oder bis zu 20. Das ist natürlich eher schon sehr wenig, aber da kann man mit leben. Also ich kann da ganz gut mit leben. Ja, super, meinte er, hat sich jetzt in der letzten Urlaubswoche erkältet und natürlich das ganze Jahr nicht krank, dann ausgenehm im Urlaub. Ja, das ist natürlich eigenwillig. Erkälten jetzt aktuell natürlich auch krass irgendwo, aber kann immer passieren, ich weiß ja. Persona 5 Royal, ja, er ist tatsächlich mit der Anne zusammen, Überraschung, hat aber letztens die Möglichkeit gehabt, mit der Ärztin eine Beziehung einzugehen, aber nicht gemacht. Hat sich aber extra sehr angelegt, weil er wissen will, was dann passiert. Ich glaube, da geht's, wenn man sich voll auslevelt, die Beziehung auch nur, dann gibt's halt ein Valentinstag-Ding, glaube ich, oder? Ohne Gewehr, ich habe jetzt nichts gespoitert, glaube ich. Also es ist nichts Entscheidendes, was in irgendeiner Form passiert, wenn doch, Entschuldigung, aber es ist nicht so schlimm, glaube ich. Ja. Steins Gate gibt's in Japan-Vertrag als Trilogie mit Zero, Darling und das andere. Achso, die nicht, warte mal, dieses, ah, was als Add-on dabei war bei Elite, oder? Ähm, Phänogramm, irgendwas. Äh, leider weiß ich nicht, ob die englischen Texte bieten. Soweit ich weiß, nein. Sonst wäre es ja fast schon interessant. Nee, also da bin ich mir ziemlich sicher, nein. Aber, mein Gott, kann nichts machen. Spieltipps für den Sommer. Visual Novels, Zwinker und natürlich Animal Crossing geht immer, das ist wohl wahr. Ich habe hier noch bergeweise Visual Novels aufliegen. Ich habe dann noch, äh, jetzt nächste Woche kommt raus, danach dieser Spin-Off oder was auch immer von Clenet, wo ich mal noch bestellen muss, wenn es Porto endlich passt bei Amazon, Japan. Ähm, weil die irgendwie immer erst eine Woche vor Release, kann man es dann vorbestellen mit günstigen Portos, sonst zahlt man drauf. Das ist auch völlig merkwürdig, warum das so ist, aber es ist so. Ich habe übrigens, äh, PlayAsia, genau, wollte ich, glaube ich, schimpfen, habe ich am Anfang vergessen. Ich habe mir ja Buried Stars bei PlayAsia vorbestellt, hatten wir ja zuerst einmal. Ja, dann habe ich letzte Woche gefragt, ja, was, gibt's da noch, kommt da noch was? Wie schaut's aus? Ja, das ist schwierig, aber wir bemühen uns keine, wir alles und so überhaupt. Ja, und am Montag in der Nacht kommt dann die E-Mail, äh, diese E-Mail möchtest du sicher nicht lesen, aber sorry, wir haben es gecancelt, weil wir kriegen es nicht her. Wir kriegen es nicht mehr her. Ich würde mal behaupten, die haben es noch nie herbekommen, weil eben, das gab es einen Tag zu verkaufen und es war innerhalb von einem Tag ausverkauft am Release-Tag und ich bin mir absolut sicher, das ist kein Massenseller, wo plötzlich zehntausende Leute auf einmal angerannt gekommen sind und ja, offensichtlich war das so voll Flop und dann so, ja, aber sag uns, was du möchtest, Rückerstattung oder ein anderes Spiel, dann packen wir es in die Bestellung rein und ich so, ja, steht dann halt auf, schau mal auf mein Kundenkonto und da ist diese Bestellung überhaupt nicht mehr drin, gar nicht, war einfach weg. Was jetzt, weil man denkt, ja, kann halt passieren, nee, weil ich habe was anderes von nicht allzu lange Zeit mal gecancelt und dieses Ding klebt da drin und bleibt da die ganze Zeit stehen und denkt, das möchte ich nicht mehr sehen, ja. Und dann schreibe ich ihnen halt eine Mail, ja, Leute, passt mir alles so nicht und ich finde das ziemlich komisch so und ja, ich möchte mein Geld wieder, aber bitte, wenn es geht, in eurer Kundenkonto, in mein Guthabenkonto, damit es halt schneller geht, weil man hätte ja auch Kreditkarte nehmen können, aber dann warte ich wieder tagelang und muss erst abwarten. Vor allem, ich habe eine offene Bestellung mit dem Moero Crystal, da habe immer gedacht, das kann ich ja verrechnen, das geht auch übrigens, stellt sich raus und man kann also, dann muss man es aber gleich bezahlen, das habe ich jetzt halt gleich bezahlt mit meinem Kundenkuthaben, sonst kann ich natürlich, wenn ich storniere, kriege ich es ja wieder zurück. Das kommt ja in, stimmt, in zwei Wochen schon raus, mal gucken, da fällt mir ein, ich habe heute, da muss ich auch nochmal was fragen, nächste Woche. Na gut, jedenfalls ja, dann warte ich einen Tag lang auf eine Antwort, kommt nichts, dann schreibe ich am Abend nochmal, Leute, jetzt mache ich es nochmal ausführlich über euer Formular und bla bla, wie blöd ich das alles finde. Die entschuldigen sich ja immer ganz groß und toll dann und dass es ihnen leid tut und alles trotzdem ärgerliche Scheiße, sowas. Gut, mein Geld habe ich bekommen, zurückbekommen und jetzt, jetzt interessanterweise taucht dieses Ding auch wieder in der Statusmeldung auf, lustigerweise mit dem Button, ich könnte es bezahlen, was natürlich absurd ist, eine gecancelte Sache, bezahlen. Hä, was? Aber ja, hat nicht geklappt. Ich meine, gut, laut unserem Test ist es ja zwar toll präsentiert, aber als Spiel nicht so die Welt, dann werde ich es verkraften können. Irgendwann gibt es das hoffentlich mal angenehm billig im Sale, aber das bei 50 Euro spielen, da muss man schon viel Glück haben. Was heißt angenehm billig? 20 Euro würde ich mir vielleicht überlegen. Wobei ich jetzt gesehen habe, von Grisaia Phantom Trigger kommt, ist die dritte Episode erhältlich und die vierte kommt scheinbar auch schon bald. Dann müsste es komplett sein, dann kombiniert, glaube ich, 50 Euro. Schade, dass es nicht auf Modul gibt, dann hätte ich es mal gekauft und das ist scheinbar im Gegensatz zu den normalen Grisaia-Spielen von Haus aus und ohne Schweinkram, der rausgeschnitten werden musste. Zumindest habe ich nirgends im Netz was darüber gefunden, aber ich habe auch nicht intensiver geschaut. Na, wie auch immer. Ja, und Animal Crossing geht natürlich immer, das ist richtig. Gerade jetzt, wo es im Herbst endlich mal sich täglich das Ganze ein bisschen herzlicher wird. Die Bäume sind noch grün, aber das Gras wird schon gelblich. Bin gespannt. Ja, Fragen. Welche alte Konsole handelt es für mich heute noch am spielbarsten bzw. zockwertesten? Ist ein bisschen schwierig, weil ich ja eben nicht alle hatte, aber wahrscheinlich, also rein rational betrachtet, Super Nintendo und Megadrive, weil halt 16-Bit-Grafik heute noch funktioniert. Ohne 8-Bit ist mir ein bisschen zu schoflig. Die davor ist halt wirklich reine Nostalgie. Und bei 16-Bit passt es einfach. Die guten 16-Bit-Sachen, die sehen halt immer heute genauso gut aus noch, weil jedes zweite Indie-Spiel schaut aus wie ein 16-Bit-Spiel. In der Hinsicht, die Generation, alles was mit Polygon zu tun hat, ist problematisch. PlayStation 1 ganz besonders natürlich, unsere Touren. Und Handheld, da gehen sie ja eigentlich fast alle noch, weil die, mein Good Game Boy, ein GBA geht sicher noch ohne Probleme heute, warum auch nicht. Waren halt überwiegend Sprite-basierte Spiele, Pixel-basiert statt Polygone, dann funktioniert das. Ja. Wie fand ich die Mario 35-Jahre-Ankündigung? Was war für mich dabei in der Weißgeräte nicht so meins richtig? Das hatten wir ja vorhin schon, deswegen verweise ich darauf. Aber ich glaube, am spannendsten ist für mich wirklich dieses Battle-Royale-Mario, weil das irgendwo so absurd ist. Ich meine, bei Tetris kann man sich das ja gut vorstellen. Multiplayer-Tetris gibt es ja schon seit ewig. Aber wie das mit diesem Mario funktionieren soll, das wird wirklich interessant. Und es kostet halt nichts. Das macht es einfach noch leichter. Was wäre mein Wunsch für ein Spiel, das es noch nicht gibt? Ich würde vielleicht ganz banal ein richtig gutes Ridge Racer vielleicht. Also Ridge Racer generell, aber Ridge Racer in VR, warum nicht? Das könnte super funktionieren. Ich meine, Rennspiele VR sind ja auch kein Hexenberg. Da gibt es ja genug. Wir sind halt auch eher wenig heutzutage. Das könnte ich mir gut vorstellen. Sonst so, ja, ich bleibe bei Ridge Racer. Das ist jetzt nicht ordentlich originell, aber das geht halt Hand in Hand mit, dass ich generell gerne einen Ridge Racer hätte. Aber sonst so, ja. Herzlich mit seiner Frau letzte Woche One Cut of the Dead angeschaut. Lustige Japan-Zombie-Commode, aber auf sowas steht. Dem kann ich es empfehlen. Mach ich Zombiefilme? Ich habe keinen besonderen Bezug dazu. Ich bin jetzt nicht fundamental. Ich kann keine Zombiefilme gar nicht null sehen. Ich habe aber wirklich wenige angeschaut, weil ich auch nicht danach schaue. Aber ich habe dieses, war es Dawn of the Dead, dieses Remake vor 10, 15 Jahren im Kino gesehen. Das war schon ganz okay, aber eigentlich habe ich, also, japanische Zombie-Ext-Geschichte, das klingt schon wieder ganz gefährlich, weil japanische Filme sind ja tendenziell seltsam. Ähm, also ich kann es nicht einschätzen, aber, ne, ich bin, bin da relativ, äh, naja, wie soll ich sagen, keine, keine signifikante Meinung zu, zu dem Sub-Genre, sozusagen. Sagen wir Model-Kids was, also von Anime- und Gaming-Figuren, da gibt es echt schöne Sachen. Er hat bis jetzt nur zwei, vier Gundams und zwei Megamans gemacht und das hat schon in sich, vor allem, wenn es ums Bemalen geht. Naja gut, das sind halt Modellbausätze für Figuren oder Roboter. Klar, also der Begriff an sich sagt mir schon was, aber ich habe, äh, meinen Lebtag, ich habe, glaube ich, ein oder zwei Modellbausätze gebaut und noch nie angemalt. Das war jetzt mal genau eben, das Zusammenbauen geht noch, das macht mir schon ein bisschen Spaß anmalen, überhaupt nicht, weil da kann man auch so viel schnell falsch machen. Äh, ich finde das Konzept gut, aber für mich ist es selber gar nichts. Also, wenn ich schon dann Geld ausgebe, dann kaufe ich mir lieber eine fertige Figur, wo ich auch weiß, dass sie so aussieht, wie sie aussieht. Und nicht, dass sie, dass sie hoffentlich so wird mit meinen, äh, limitierten handwerklichen Fähigkeiten. Und, ja. Und jetzt hier noch die Lebtag und Cosplayblittern und nach einem schönen Wochenende geschmeidig bleiben. Ja, danke. Also ich habe ganz schön viele diesmal. Ganz am Schluss kommt die Frau Nigri zweimal. Einmal als Riku und einmal dazu ist sie leider nicht die richtige Statur. Ja, die Riku war ja ein bisschen zachter. Und natürlich als Juliet Starling aus, äh, Dingens. Ah, wie hieß es? Chainsaw-Dingens, oder? Oh Gott. Das muss ich kurz nachschauen. Äh, dieses komische Spiel. Lollipot-Chainsaw, das war's. Ja, damit ist sie ja im Endeffekt, ich glaube, damit kann man sagen, ist sie bekannt geworden. Ich meine, sie hat zwar vorher auch schon gecosplayt, weil ich vage im Kopf habe, dass sie mit Gears of War irgendwas war. Aber mit dem hätte sie natürlich, meine ich, würde ich behaupten, ihre Karriere wirklich gestartet, ne? Ja. Also durchgestartet. Was haben wir sonst noch Schönes? Ich sehe hier gerade, ich meine, ich sehe sie nicht, haha. Ich erkenne nicht alle, das ist natürlich eine To-Be. Die, also dieser Body, der ist schon, der geht immer. Eine, ich würde sagen, eine aus den, äh, Uno, wie heißt die? Ach, One-Chambara spielen, oder? Wahrscheinlich mit der Wumme. Ja, die ist ganz ordentlich beieinander. Dann haben wir hier eine sehr bleiche mit schwarzen Lippen, wo ich nicht weiß, was, was für ein, warte mal, das ist Metal Gear, oder? Sniper Wolf, kann das sein? Guter Ausschnitt, kann man lassen. Eine Krankenschwester, wo ich jetzt gerade nicht zuordnen kann. Ja, ist okay. Dann ein sehr, was ist das? Ist das das, ist das, ist das Quake-Logo in Menschenform? Weil so ein, so ein matschiger Ding, wo drin eine, bisschen Alien-mäßig geschminkte Frau liegt, mit, äh, sehr interessantem Latex-Überzug. Wow, es hat, ästhetisch hat das was, ja. Kann man machen. Ähm, das ist, äh, ganz nicht zuordnen, hab ich aber auch schon gesehen. Oh, dann haben wir hier, das ist eine Tekken-Frau. Den Namen, wenn ich einvergleich, das ist, oje, vergessen. Eine, ach Gott, nein. Eine Katana. Aber die ist wegtuschiert, oder? Entweder hat es richtig gute Pasties, die nahtlos sind, oder es ist touchiert. Dann ist das hier, was ist das hier mit diesen, äh, Roboter, mit diesen Flugflügel-Schulterpolstern. Ich hätte jetzt gerne gesagt, die Vanessa Z. Schneider, aber das stimmt nicht. Keine Ahnung, aber ja, auch interessant. Und eben die Frau Nigri. Ja, kann man alles gut anschauen. Nicht schlecht. Kann man machen. Gut, weiter. Der Max ist da. Auch, hallo, ich meine, der Stadt im Gamescom Opening Night war der im Kino zu Tenet. Kann man machen. Das war auf jeden Fall mit Sicherheit interessanter und gehaltvoller. Das glaube ich. Er mag Anfang von, ähm, am Anfang mag man von der Story verwirrt sein. So ein schlüssiger Klirr erklärt, wenn man sich darauf einlässt, meint er. Mag sein, sein Film-Highlight 2020. Ja gut, noch haben wir ja ein paar Monate, aber das wird wohl vielen Leuten so gehen. Aber ich meine, das ist eine selbsterklärende, selbsterfüllende Prophezeiung. Nolan macht einen Film, oh, das muss der Beste sein. Das sage ich jetzt so flapsig. Also ich habe mich nicht wirklich weiter damit befasst. Ich irgendwann mal vielleicht ins Kino oder nicht, sicher nicht dafür, aber egal. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann ist ja gut genug. Fragen. Was nützt eine Switch Pro Konsole, die mehr Hardware-Power hat, aber am Ende keiner haben will? Du, das, äh, ich bin mir sicher, wenn das rauskäme, die wird sich super verkaufen. Weil, gerade bei Nintendo, weil irgendein Argument finden die Leute immer. Das ist alles so viel besser und so viel toller. Und überhaupt, ich meine, Nintendo hat die Leute ja Gehirn gewaschen. Ich kauf die Spiele, die auf unserer Konsole mit halber Qualität laufen, zum vierfachen Preis. Und seid auch noch froh darüber, dass ihr das tut. Siehe Witcher, siehe Wolfenstein und so, das sage ich ja immer wieder. Mich ärgert das einfach. Ähm, jetzt auch Witcher übrigens, weil wir es ja hatten am Anfang. So, für die 15 bis 20 Euro, die ich Witcher heutzutage zahle, kriege ich es in super Qualität. Und auf der Switch kann ich es in Arsch-Qualität unterwegs spielen. Aber ich kann es unterwegs spielen, das macht es wert, ja. Spiele unterwegs irgendwelche, 10.000 Switch-Spiele, die halt für die Switch gedacht sind. Und nicht ausgeht das eine, was auf dem Fernseher vernünftig mit einer guten Qualität besser ist. Oder das ist eins der fünf. Naja, wie auch immer. Nein, äh, ich meine zum Beispiel, schau mal an, wie viele 3DS-Modelle es gab. Oder auch beim Gameboy, äh, ja, Gameboy, Gameboy Advance, DS, es gab so viele fünf Modelle. Die sind immer alle gegangen, selbst wenn es nur eine kleine Verbesserung waren. Das Ding wird gekauft, wenn es rauskäme, die Leute würden es kaufen, wie die gestörten. Natürlich, aber da bin ich mir sicher. Also, ich meine, ob ich es jetzt brauche, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm. Ich denke nicht, äh, außer es, ich meine, übrigens, natürlich auch beim New 3DS, es gibt zwei oder drei Spiele, Dings, Xenoblade, das Hyrule Warriors, glaube ich. Und dann hört es schon auf mit verpackten Spielen, die mir noch einfielen, die nur darauf liefen. Das ist auch lächerlich. Und trotzdem, ja, dann haben es den alten halt auch einfach eingestellt. Also, doch, das würde gehen, bin ich mir sicher. Und ich meine, im Gegensatz, der Light verkauft sich ja auch gut. Und das ist ja eine Scheißkiste, die, die halbe Funktionale, wenn ich es jetzt wieder liese, bei Mario Galaxy oder was, ja, viel Spaß mit Spielmodus mit Bewegungssteuerung ohne extra Joy-Cons, was natürlich auf dem mobilen Gerät sowieso für den Arsch ist. Also, ja, naja, egal. Habe ich mal Töckchen auf einem Amiga gespielt? Ja, freilich, wahrscheinlich auf dem 64er zuerst auch schon. Aber wer hat das in unserem Alter nicht getan damals, wenn er einen Heimcomputer hatte? Das waren natürlich, äh, Top-Spitzen, legendäre Titel sind ja auch nicht schlecht. Und die Musik ist ja auch wirklich nicht schlecht. Aber trotzdem finde ich jetzt diese Sammlung eher doof. Aber ja, Töckchen kann man sicher heute auch noch spielen. Das ist überhaupt kein Thema. Kann ich mir gut vorstellen. Im Idealfall mit einer Twin-Stick-Steuerung, wie sie es bei, bei, wie heißt es, bei Ultracore gemacht haben. Dann wäre es natürlich das Beste. Aber, ja. Ja, genau. Kann ich mir vorstellen, nur digital zu kaufen, statt Retail in den nächsten Generationen Konsolen? Vorstellen kann ich mir das schon. Ich meine, Tatsache ist ja, ich meine, ich bin ja in der Lage, ich muss ja nicht alles kaufen. Und, äh, weil ich ja vieles arbeitstechnisch habe. Und da ist digital natürlich ja, wenn ich jetzt ehrlich bin, sogar natürlich besser. Zum einen, ich muss mich nicht rumärgern, bis das Ding da ist. Ich kriege einen Code, kann runterladen. Zum anderen, wenn das Ding dann fertig ist, dann habe ich es. Dann, wenn ich ein fertiges, ein Spiele-Muster auf einer Disc, äh, wenn es eine, überhaupt eine Retail-Laufhege ist, muss ich es zurückgeben. Reaktionell ist halt so. Natürlich, Testmuster gibt man zurück, wo man es zurückgeben kann. Beim Download geht es nicht. Wir könnten natürlich, hätte man einführen können, es gibt den Reaktions-Account, aber das macht man halt nicht, weil das keinen Sinn ergibt. Das, äh, ja. Ja, äh, und, äh, und bei Vorab-Discs, wie sie früher ja gang und gäbe waren, die sind natürlich sowieso hinfällig. Die brauchen auch noch eine extra Hardware dafür. Äh, sprich, ich habe sehr viel von dem, was ich in irgendeiner Form arbeitstechnisch getestet habe, habe ich einfach. Andere Sachen können Vitamin B auch helfen. Ich kaufe natürlich immer noch genug. Ich, wenn ich es, wenn ich es nur für mich, wenn ich es mir kaufen muss, in Anführungszeichen, dann kaufe ich schon immer noch, äh, wo möglich, im Regelfall, äh, Retail. Wobei ich, aber, äh, ich kann es auch verstehen, wenn man es nicht tut. Natürlich, weil digital ist einfach so viel, man wird so furchtbar bequem und einfach nur anschalten, aussuchen und nicht einlegen müssen. Und dann, indem man das Laufwerk brummt, immer auch noch, ne, heutzutage natürlich nicht mehr dauerhaft, aber trotzdem, es ist schon angenehmer. Ähm, und wenn man, wenn man nicht jeden Euro umdrehen will, und, äh, dann ist es wieder auch noch was anderes. Ähm, und gerade bei Spielen, die man, also, ich sag mal, Animal Crossing haben wir tatsächlich auf Modul gekauft, weil es ein Spontankauf war und es war billiger als zum Runterladen. Und auf der Switch ist Runterladen auch so eine Sache wegen dem begrenzten Spargelplatz, was halt einfach nervt. Ähm. Sehr begrenzten Spargelplatz, die anderen sind ja auch dauernd voll bei mir. Dann, ähm, bei dem würde ich, ich hab seitdem kaum mal das Modul gewechselt, weil wenn man so, ja, muss ich das Modul wieder, und dann, ach, lästig, was einfach total Banane ist, was soll's. Das ist ja so lächerlich. Das kann man ja einstecken oder auf den Tisch legen, fertig. Aber irgendwo, ja, nein, ich könnte es mir vorstellen. Ich meine, die Indie-Spiel sind ja eh nur digital, meistens. Äh, ich könnte es mir schon vorstellen, äh, ob ich es jetzt als Privatmensch machen würde, bin ich mir nicht sicher, aber es gibt nicht viele Leute, von denen ihr mal so liest und mitkriegt, die sagen, ja, ich bin jetzt halt umgestiegen. Oder in dieser Generation steige ich jetzt um. Wobei mir jetzt bei, bei den neuen Generationen natürlich, äh, noch ein bisschen Sorge macht, wie das jetzt wirklich ist, wie viele Spiele kriege ich drauf? Und wie ist es mit, mit Speichererweiterung, mit Festplatten oder Speicherplatzerweiterung für die, für die Spieleinstallation? Das macht mir noch ein bisschen Gedanken. Wobei auch da natürlich, ob ich es jetzt von Disk installiere und dann einen 50-Gigabyte-Patch runterladen muss oder, oder runterladen, das macht es dann auch nicht mehr wesentlich fett. Aber fühlt sich halt trotzdem besser an. Naja, gut. Äh, wie läuft es denn mit Previews in Zeiten der Pandemie? Naja, ähm, das hat sich die letzten Jahre eh sehr stark geändert, äh, weil viele Hersteller gar nicht mehr so richtig was mit Previews machen. Also, Auslandsreisen oder irgendwo hinreisen, die gibt es schon noch, aber die haben wir eh schon immer traditionell weitgehend extern ausgelagert. Ähm, die gibt es nur noch ganz, ganz aktuell natürlich ins Ausland gar nicht, aber so. Nach München ins Hotel zum Beispiel, das gibt es schon, warte mal, Moment, irgendjemand war letztens mal in Hamburg, glaube ich. Hm, ich überlege gerade, war es einer von uns oder ein Externer? Ich habe es vergessen. Also sowas, das kommt schon noch vor, aber sehr selten. Es gibt, vieles geht auch, ähm, digital, sei es jetzt, ich habe die Woche ja eine Präsentation gehabt über Discord, mit Videostream auf Discord und dann fünf, drei, vier Leute von denen und ich und dann halt mit Videokonferencing, außer bei mir, ich habe keine Kamera oder ich würde auch nicht wollen, so rum. Ähm, sowas zum Beispiel, dann gibt es auch Remote-Spielen natürlich, so weiß der Henker, ich glaube Ubisoft macht sowas gerne, wo man dann halt, äh, eben so stadiamäßig spielen kann, bloß, dass die ihre eigene Lösung aufgesetzt haben oder sowas. Äh, oder was auch vorkommt ist, es gibt halt spezifische Download-Versionen. Also ich habe bei, bei einem Spiel mal eine PS4-Download-Version bekommen, wo, es war völlige Überraschung, wusste ich auch nicht, dass es dann der Fall sein würde überhaupt, wo halt ein paar Levels von dem Spiel waren und bei der Xbox habe ich das auch gerade mit einem anderen Spiel. So Sachen, also, es ist alles noch machbar, aber halt ein bisschen anders und ich meine, die moderne Internet-Welt geht ja, wenn man nicht gerade die Verbindung verliert, was mir am Montag auch passiert ist, zum Glück schon nach der Präsentation, aber wir waren halt noch so ein bisschen in Blabla und dann, bups, war meine Leitung weg. Scheiße, kann da, ist ja doof. Ne, also das funktioniert schon alles noch, aber wie gesagt, es ist eh viel weniger geworden als früher mit, mit Previews, aber ist schon machbar. Was habe ich für Erfahrungen gehabt in Zeiten von Corona? Ja, nix. Ich meine, ich habe, wie oft genug, mein, mein normales Leben läuft jetzt nicht wesentlich anders aus, als dass ich jetzt daheim hock bei der Arbeit meistens, was mich jetzt auch nicht wirklich so stört. Das geht ganz prima. Also, ich sage mal so, es gibt Sachen, die mich daran stören, die ließen sich, wenn man wollte, sehr einfach beheben, aber das wollen halt nicht alle Leute und das funktioniert ja trotzdem. Ja, ähm, es sind halt kurze Wege und alles, also, ne, für mich ist, gut, einkaufen ist natürlich nicht mehr so, aber bin und jetzt einfach mal so zur Gaudi irgendwo hinfahren, zum mal so schlendern, das mache ich jetzt halt auch nicht so, aber das ist für mich jetzt kein Drama nicht. Gesundheitstechnisch haben wir alle hier noch Glück gehabt, also mit, zumindest Corona-technisch hat es noch, hat noch keiner Problem gehabt. Andere Sachen, unabhängig davon, waren nicht alle ganz so toll, aber für mich hat sie da noch nicht so viel geändert. Also, ja. Ich meine, ich hätte trotzdem natürlich auch nichts dagegen, wenn es mal irgendwie wieder alles mal irgendwann gelöst sein sollte. Ja, klingt super, warten wir es ab, aber alleine schon damit die ganzen dummen Arschlöcher, die in Berlin sich mit Nazis verbrüdern, auch mal wieder hoffentlich wieder da unter ihren Stein kriechen und wir in unsere Ruhe haben vor denen, aber das finde ich, das finde ich in der ganzen Corona-Sache so mit, dass jenseits von, oh, ich möchte eigentlich nicht sterben, ist das das nächstärzendste in der ganzen Geschichte. Ja, aber gut. Schönen Tag noch und Wochenende noch und bleib gesund, danke gleichfalls. Und zum Abschluss gibt es dann noch den Düsi, der es diesmal geschafft hat, um nur zwei Minuten zu spät und eine Woche, wenn man mal ehrlich ist, weil es ist nicht blau 131, lieber Herr Düsmaster, ja. Wir sind schon bei 132 heute. Mein nur dich, oh Mann, letzte Woche total vergessen, da war sehr viel los. Am Donnerstag Tenet im IMAX angeschaut, hat also auch die Opening Night ausgelassen, Skandal. Film ist schon sehr cool für Fans von Inception. Wer Inception schon nicht verstanden hat, sollte Tenet meiden, denn Inception ist dagegen auf Kindergarten-Niveau. Naja gut, das kann sein. Ich glaube, Inception fand ich jetzt nicht zu kompliziert, ich fand bloß immer den Schluss, ich habe so offene Schlüsse. Denkt ihr aus, wie es ausgeht, bin ich kein Fan von. Habe ich auch gerade ein eigentlich sehr cooles Indie-Spiel, gerade da, wo man den Schluss quasi jederzeit einleiten kann, egal, ob man schon alles bewiesen hat oder nicht und dann, wenn man genug Beweise hat, kommt man schon auch was raus. Also, das sagt einem nicht so explizit, deine Lösung war falsch oder nicht, sondern es ist halt so, man muss es halt selbst. Das finde ich, da bin ich ein bisschen zu simpel gestrickt. Ich hätte schon gerne einen Schluss, der alles, alle offenen Enden einigermaßen zumacht und nicht sagt, und jetzt denkt ihr mal aus, ob das so passt alles. Das war übrigens bei Bioshock Infinite, das hat mich so geärgert, dass der Schluss so sich quasi das Schlupfloch nimmt, so von wegen, ja, ja, das ist alles interpretierbar. Ja, danke, Arsch. Naja. Freitag dann lange geschlafen, dann abends seit Langem mal wieder ein Kumpel besucht und Catch wieder total vergessen. Huiuiui, ja, skandalös, kann ich jetzt nur sagen. Ganz, ganz, pui, schäm dich. Samstag ging es halt in die Gemeinde Kutenholz in Niedersachsen zu einer Open-Air-Live-Wrestling-Veranstaltung der WXW. Yes, 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 aha, da war Wrestling. Ich bin, wie gesagt, Wrestling-technisch, wenn es nicht gerade versehentlich bei der WWE passiert oder dann, also dieses Wochenende ist ja Ding, all in, oder? Uh, morgen, ja, viel Spaß damit. Also nicht so auf dem Laufenden und WXW noch weniger und mein Gott. Mit genügend Abstand und draußen, Wetter war auch noch sehr gut, Veranstaltung war okay, aber endlich mal wieder live. Er hat das gemacht, da er sich dachte, wer weiß, wie es weitergeht. Und heute kam dann die Meldung, dass WXW sämtliche Veranstaltungen dieses Jahr gecancelt hat. Schnief. Ja, das ist natürlich krass, aber, jo. Das Krass ist noch für die Wrestler natürlich, die brauchen ja auch mehr. Wobei, ich habe die Spoiler noch gleich gelesen. Gestern haben sie doch, also am Donnerstag haben sie in England NXT UK mal wieder, das erste Mal seit ewigen Zeiten getaped. Mal gucken, was da alles passiert. Ich weiß nicht, ist jetzt eigentlich NXT Dublin noch im Gespräch, dass es noch stattfindet? Ich habe keinen Schimmer, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, also das ist hart, aber mein Gott, ist wahrscheinlich auch nicht so verkehrt. Oder nicht so, ja, mei, kann man ja wieder anfangen und so etwas. Gestern gab es dann endlich die langerwartet unangekündigte Mario Direct. Ja, es war unangekündigt. Wie gesagt, ich hasse sowas, aber mein. Ja, war viel Cools dabei, wobei es leider ein paar Dämpfer gibt. Er hat zum Beispiel auf ein waschrechtes Remake von Mario 64 gehofft und der Preis ist auch recht hoch. Aber egal, das Zoll sind ja nur Zahlen auf dem Konto. Haha, ja, ich finde eher ätzend, dass halt Galaxy 2 nicht dabei ist. Eigentlich das Neueste von diesen ganzen Spielen, die da dabei sind, das fehlt ausgerechnet. Warum auch immer. Und dann wird es nicht mal mehr erwähnt in der Historie. Das ist auch sehr merkwürdig, aber naja. Game & Watch hatte sich auch bestellt. Ach, das kann man schon bestellen. Habe ich gar nicht geschaut, aber... Hm. So, da muss ich jetzt schauen. Oh, großes Werbebanner zu den Boys auf Amazon. Ja gut, macht ja auch Sinn. Game & Watch Mario habe ich jetzt eigentlich eben als Suchbegriff. Und das findet natürlich wieder nichts. Das ist doch... Wo kann man das schon bestellen, bitteschön? Äh... Ein Ball Reprint Japan Import. Und an dritter Stelle kommt die Okai Watch. Ja, das macht Sinn. Äh... Also ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt, wo man das findet, um ehrlich zu sein. Oder ich gebe einen falschen Suchbegriff wieder ein. Das ist bei Amazon mir jetzt schon öfters aufgefallen, dass man echt ganz exakt treffen muss, sonst wird es nicht gefunden. Also es ist... Ähm... Game & Watch Nintendo. Oh. Also ich kann dir sagen, ich finde es nicht. Ähm... Hm. Dann schauen wir halt nochmal beim Mediamarkt. Äh... Game & Watch... Game & Watch... Null Such... Ah, ein Amiibo hätte einen super... Äh... 20 Euro, das ist aber auch teuer. Ja, dann gucke ich halt mal, ob ich, äh... Über das alte Forum einen Link finde. Als... Als das schon ausverkauft... Bald Amazon nicht mehr lieferbar. Oh. Mediamarkt-Ratoren gibt es noch. Base... Ja, ne. Das mache ich sicher nicht. Mario Kart Set bei Amazon. Ah, was kostet es bei uns jetzt? 130 Euro. Oh, ho, 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 ho. Ei, 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 ei. Ja, das ist viel Geld. Boah, leck. Nee, danke. Nicht mit mir. Aber das hätte ich eh nicht gekauft. Äh... Der Junge hat Joy-Konto. Ah, das... Äh... Game & Watch, da. Warum findet man das nicht? Das ist völlig absurd. Es existiert. Es ist bestellbar. Jetzt bestelle ich es zur Gaudi mal. Weil abbestellen kann ich es immer noch, wenn es mir zu blöd ist. Zur Kasse gehen. Bezahlung mit Bankeinzug. Weil es hat keinen Bock, dass wir mir das Geld auf der Kreditkarte blocken. Also ich habe es jetzt nicht mehr ausprobiert bei letzter Zeit. Aber ich bin mir sicher, die blocken das... Das letzte Mal, sie haben es vorgeblockt. Und mein Limit ist hoch genug, dass es mich das jetzt nicht schocken muss. Aber ich habe das sehr, sehr ungern sowas. Deswegen mache ich jetzt bei Sachen, die nicht unmittelbar bald rauskommen bei Amazon, jetzt doch immer Bankeinzug. Auch wenn es halt ein paar Cent dann auf dem Konto kostet. Aber mein Gott, damit muss ich halt rechnen. Obwohl, ja, es hält sich aber in Grenzen auch. So, diese Zahlungsrat verwenden. Man kommt es nur raus, im November erst. Halt, ich will keinen Geschenkgutschein verwenden. Ändern. Nein. Nicht verrechnen des Guthaben des Gutscheins. Jetzt passt es. Jetzt bestellen. Ja, habe ich somit gerade eben live ein Game & Watch Super Mario. Das bestimmt. Weil echt, wieso findet man das nicht? Das ist aber immer so ein echt, so, so beschissen immer. 60 Euro. Naja, mei, die Dinger haben früher auch Schweinegeld gekostet. Nipi, danke. Ja, ey, warum findet man es nicht? Ja gut, egal. Ja. Na gut. Also, Game & Watch hat sich auch bestellt, schreibt er hier, klar, Marc hat es auch sehr witzig, die Idee, vielleicht was fürs Büro. Da wäre es der einzige Ort, wo es einigermaßen zivil laufen täte, von Fläche her, aber das ist auch so verschachtelt. Ja gut, da ist ja eine Kamera drin. Also, ich gehe mal davon aus, dass wir eins reaktionell bekommen werden. Das kann ich mir zumindest mal anschauen. Wie fand ich die Direct? Ja, zum einen habe ich sie erst mal nicht gefunden, weil ich ja nicht wusste, dass sie kam. Und ja, die war okay. Aber, also ich weiß, was mich auch zum Beispiel ein bisschen gestört hat, war dieses bei Mario 3D Land, oder wie es jetzt heißt, dieser Fokus auf Multiplayer, der mich einen Scheiß interessiert, man kann es doch alleine auch gut spielen, und eben, was diese Bowser Stingsons Geschichte sein soll. Überhaupt keine Info, obwohl, warte mal, jetzt versteht es in der Pressemitteilung, die habe ich noch gerade angeschaut. Die Pressemitteilung von Nintendo sind meistens kleine Romane, von einer Menge an Text, die drin stehen. Es steht denn hier schön jetzt bei, bitte eine Sammlung, bla bla. Der drei modernen Super Mario-Klasse, ja gut, das ist ja korrekt, aber den vierten hätte es auch noch gegeben. Live Circuit, Super Mario oder die All-Stars, Game & Watch, was ist jetzt gleich wieder alles dabei? Das erste Mal, oh, ach so. Hä, was? Mario Brothers und die Lost Levels, das ist mal zwei und drei. Darüber hinaus eine Digital-Uhr mit 35 verspielten Details und Gastauftritten, naja, mein Gott. Super Mario 3D-Wert und Bowser's Fury, bla bla, die überarbeitet ist ursprünglich, lässt die Spiele in Kooperativen mehr, okay, gab's beim Wii U-Version, komm, es sind auch mehr Spieler wahrscheinlich. Welche zusätzlichen Inhalte das Spiel spietet, wird später bekannt gegeben, aber im Namen steht's schon, oh Gott. Ja, nee, das, das eben dieses, oh, und bei Nintendo wird, wird das gegendert mit Doppelpunkt, auch mal was Neues. Hab ich's auch noch nicht gesehen. Oh Mann, ey. Also, ich find's jetzt nicht so, ich, ich find's nicht schön zu lesen. Dann nimmt doch bitte dieses Innen mit dem großen I, da hat man sich wechseln schon dran gewöhnt, ach, aber gut. Mei, ich verstehe ja den Gedanken dahinter, aber trotzdem. Ähm, also jedenfalls dieses Multiplayer-Dingens, das sieht cool aus. Mal schauen, was es wird. Ähm, das ist egal natürlich. Die Events hab ich ignoriert großzügig und die Merchandise-Geschichten auch, wenn ich mir ehrlich bin. Naja, also ja, war schon okay, aber es war halt ein bisschen viel Mario. Was meinte ich für eine App für die Animal Crossing-Designs? Wenn du mal, wenn ich mag, mein, da kann er mir, kann er mir gerne mal die Codes für das Catch-Bee-Logo in der Videobeschreibung teilen. Kann ich ja. Oder ihn persönlich schicken. Abstürze bei Animal Crossing hat er noch nie. Also, wenn ich's mal verteilen würde, müsste ich's mich erstmal nur überarbeiten. Also, nee, das ist ja in der, es war irgendeine Webseite, wo man das Bild hochlädt und dann bearbeiten kann, wo ich jetzt schon wieder vergessen hab. Ich hab halt auch nur gegoogelt, also sie find's dann schon. Also, mein eigenes war nicht besonders schön. Das wäre, da müsste man erst noch viel optimieren, deswegen lassen wir das jetzt erstmal. Naja. Abstürze hat er noch nie. Ich hab auch nur mal die, es war direkt nach dem vorletzten, letzten Patch, da hat's mich in zwei Tagen dreimal ordentlich gescheuert und beim letzten Mal wirklich so, dass ich das Ding nicht mehr starten konnte. Und dann hab ich gesagt, nee, geht halt einfach nicht. und dann erstmal wieder, äh, erst zwischen ein anderes Spiel starten musste. Das war ziemlich unschön. Aber seitdem ist auch nie wieder passiert. Also, es war auch nur, bei uns im Aldi gibt's bestimmt keine Semmeln, meint er. Ja. Der hat wahrscheinlich auch noch nie eine echte Semmel gegessen, was ist da dann so toll. Vom Aussehen ist das so ein langweiliges, trockenes, weißes Brötchen. Es ist ein weißes Brötchen. Das ist nicht dumm, wenn's trocken ist, ist es schlecht gemacht. Semmel ist eine Semmel. Es ist jetzt nichts Spezifisches. Es heißt halt Semmel, weil es der korrekte Name ist. Ich mein, ihr nennt das halt bloß Brötchen. Da kann man, weil dieser Alp, was ich besser wisst, offensichtlich ist es halt so. Aber es ist nichts anderes. Hat was einen anderen Namen. Ja. Der erste 3D-Film, den ihr gesehen habt, war Bolt. Ein Hund für alle Fälle von Disney. Da waren wir mit dem Kumpel alleine im Kino und sie haben verschiedene Sitzpositionen ausprobiert. Das kann man machen. Ja. Das ist denkbar. Äh, ne, Bolt hab ich, den hab ich noch nicht in 3D gesehen, oder? Aber, ja, er war ganz okay, der Film. Ist halt einer von den eher unspannenden Disney-Computer-Trick-Filmen. Heutzutage machen sie ja schon noch eher die Besseren. Er glaubt, er hat das ASMR-Video zweimal laufen lassen. Hey, ja, das kann auch gut sein. Also, kann ich mir gut vorstellen, lebhaft. Jedenfalls waren es halt zwei komplette Durchläufe und dann verteilt auf alle anderen Klicks ungefähr nochmal das Gleiche. Aber ja, man, es war halt ein Gag. Und vom Aufwand her, ne, doch ein bisschen aufwendiger war es schon wie 20 Minuten einfach aufnehmen bloß. weil meine Aufnahme-Grepper-Karte, meine uralte, die kann nur Pfeil größen bis X und dann wird halt das Pfeil geschnippelt und weitergemacht. Also, nach knapp 20 Minuten, ne, nach ein bisschen über 20 Minuten, glaube ich, fängt immer das nächste Pfeil an und dann aber, war auch kein Problem. Aber ganz nett. Das Xbox-CSX-Dashboard, Bibliothek und so dürfte allein durch die SSD ja schon deutlich schneller sein. Ja, sollte man meinen, vielleicht. Ich meine, aber das dürfte auch mit der normalen Platte nicht so langsam sein. Also, die Platte ist eingeschlafen. Das kann ja eben bei der Playstation passieren. Das stimmt, dass die Platte eingeschlafen ist, wenn man weg, also, zumindest die, ich glaube, die Originalplatte, die drin war, nicht die, die ich jetzt drin habe, da merkt man dann schon mal, wenn man, wenn man das Ding eideln lässt, dass das Menü am Anfang ein bisschen zuckelt, weil es noch nicht wieder wach ist, in Anführungszeichen. Frag mich nicht. Also, ich jetzt, naja, wie auch immer. Warten wir es ab. NXT war okay, meint der SummerSlam, ThunderBezer. Der McGaffey ist schon sehr athletisch und damit er noch dazu Virenbekämpfung kann. Oh Mann, ja. ThunderDome ist schon ganz cool, man gewöhnt sich immer mehr dran. Ja, dann, es war ja lustig, dass hier keiner was fragt. Habt ihr das alle vergessen, ignoriert oder schon wieder aus dem Gästiges geschehen, dass es ja Payback war am Wochenende mit mit dem Herrn Reigns. Ne, Moment, das war vor zwei Wochen. Oh Gott, bin ich blöd. Ne, doch, das war diese Woche. Oh Gott, war da. Ah! Ne, der Reigns war ja vorher schon, stimmt, mit dem Match, das war also, doch, vergangenes Wochenende. Payback war gar nicht, war ganz okay auch, war halt auch wieder, wie man so will. Ne, ich meine, dass jetzt Nia Jax und Shayna Baszler in Team sind, wie lange wird das gut gehen, aber der, der Schluss mit, da war ja, war ja Shayna Baszler ganz alleine und das war schon ziemlich badassig, also da haben sie es jetzt endlich mal in Szene gesetzt, wie es sollte. Ich fand auch, dass, dass der Keith Lee, Randy Orton mal so kurz und schmerzlos wegbombt, das war auch faszinierend, fand ich aber cool. Ähm, und, ja, und Reigns gewinnt, das war gut, klar. Naja, war auch okay, also trotz allem, dass es eine Woche nach, nach Summerslam schon war, naja. Gut, Evercade, Pico Cartridge 1 und Data East Cartridge 1 sind heute von Amazon geliefert worden, also wirklich von Amazon selber. Wichtig von, ernsthaft, also nicht von irgendeinem Marktplatzhändler, sondern von Amazon selber? Hm. Ich bin jetzt fasziniert gerade. 20 Euro versandt, normalerweise 23,90. Von Je Video Petit Prix. Ah ja, Amazon derzeit nicht auf Lager. Also, wer weiß das schon. Ich habe nach wie vor meine Vorbestellung bei Gameware laufen und ich drücke mir die Daumen, dass das nicht schief geht, weil ich habe so gar keine Lust. Ich habe es ja am Anfang erwähnt, du hast es ja gehört, denke ich. Nächste Woche wird dann wohl offensichtlich, die nächste Geschichte angekündigt, was auch immer, zwei Stück. Da graust du mir ein Stück weit jetzt schon, muss ich leider sagen. Ich hoffe mal, dass wir uns da nicht ärgern müssen, wie die letzten. Warum ist eigentlich auf dem Lynx-Modul Songbird Productions als Icon mit drauf? Kein Schimmer. Naja, jedenfalls gratuliere dir und dann musst du nur auf den Rest bestellen und finden. Aber jetzt, warte mal, stimmt, Ende August hieß es doch, dass wieder welche, stimmt eigentlich? Evercade Pico ist aber der gleiche Käse. Auch, schön Video Petit Prix. Mit 105 Euro Versand, ja natürlich. Hm, ich habe mich nicht darum gekümmert, ob die letzte Woche mal irgendwo lieferbar waren. Das muss ich ja gerade mal zur Gaudi, was Funstock sagt. Also Funstock würde ich nicht bestellen wollen, weil die Vorkasse mich einfach ärgert und bei denen ärgern mich andere Sachen auch noch mehr. Schauen wir mal, was... Anamco Museum 2 ist ausverkauft. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen, wenn das so dran steht. Technos Collection Cartridge. Da steht Add to Cart. Heißt das, ist es jetzt auf Lager oder nicht? Wie soll ich das verstehen? Das ist auch sowas. Add to Cart. Ist es jetzt auf Lager oder nicht? Scheinbar. Megacad Studios. Jo, könnte fast sein. Na gut. Also dann könnte ich dir mal den Tipp geben, wenn du noch was suchst, schaust du es vielleicht mal bei Funstock vorbei. 16,80 Euro ist auch ein okay Preis. Kommt halt noch Versand dazu, aber... Ach, ich hab da irgendwo mich diese ganzen Ärgernisse rum und das Kriegen und Tun war schon ein Stück weit... Hat mich ein bisschen abgeturnt. Ja. Aber gut. Trotzdem, alles gut. Schönes Wochenende und bleibt euch gesund, sag ich gleichfalls. Und damit sind wir durch. Mit nur, oh, fast zwei Stunden sind es uns am Ende geworden. Ich glaube, da kann sich jetzt keiner drüber beklagen. dass das zu wenig zu hören war. Mal schauen, wann meine Luxus... meine geheimnisvolle E-Mail diese Woche kommt. Die letzten Wochen war es immer erst deutlich nach Mitternacht. Ich sollte da früher ins Bett gehen und mich dann am Samstag positiv überraschen lassen. Wird wahrscheinlich diesmal auch so sein. Warten wir es ab. Und dann, ja, was gibt es sonst noch? Nichts eigentlich. Wir sind ja Wochenende. Wie gesagt, nächste Woche keine Ahnung, ob ein Video kommt. Ich habe Sachen da, die ich machen könnte. Vielleicht mache ich spontan was. Wäre da nicht. Das seht ihr dann ja, ihr Paar, die dann zuschaut. Und ansonsten, ja, wie immer, was zum Kommentieren, Kommentar abliefern, damit ich darüber reden kann, vorlesen kann. Entweder bei YouTube in den Kommentaren oder noch sehr viel lieber, natürlich als E-Mail an bla mit h at kernspieler.de und das Ganze bitte auch wie üblich möglichst bis Freitag 18 Uhr. Und ich bin jetzt hier fertig und werde das Ding jetzt bearbeiten und hochladen, damit ihr am Samstag und die Tage drauf euch durch diese nicht ganz zwei Stunden durchhören könnt. Ist doch fantastisch, oder? Damit gutes Wochenende, erfolgreiches Wochenende, gesundes Wochenende, was man sonst so braucht. Und ich suche auch am besten für mich und für euch auch und dann bis dahin. Tschüss. Tschüss.